Hallo und herzlich willkommen zur Nigel-Nagel-Näusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und Filmbesprechung. Hin und wieder gibt es auch mal eine Serienbesprechung und all das erwartet euch auch in dieser Ausgabe, denn wir haben diesmal drei Produkte besprochen, die allesamt auf Streamingportalen laufen. Zum einen haben wir uns hier sehr ausgiebig mit Borat 1 und 2 beschäftigt, denn jetzt ganz aktuell könnt ihr den zweiten Teil der Borat-Filme bei Prime Video schauen und in diesem Fall waren es Dom, Christopher, Stu und Sven, die den Film ausgiebig vor euch besprochen haben und vorher natürlich auch noch einen intensiven Blick auf den ersten Teil werfen mussten. Es folgt im Anschluss die Besprechung der aktuellen Netflix-Serie Das Damen-Gambit. Da geht es wohl um eine Frau, die schachspielen kann und zwar ganz gut, das Ganze noch ein bisschen mit Drogen vermischt und vor allem psychedelisch auf die Bildschirme gebracht. Macht eine Serie, die ihr eben jetzt bei Netflix schauen könnt, auch die konnten wir uns vorab anschauen. Hier war wieder der Dom mit am Start und auch der Max. Die beiden Hübschen haben es sich hier nicht nehmen lassen, ja eben die ersten vier Ausgaben glaube ich zu schauen und für euch eine Besprechung aufzunehmen. Vielen Dank auch da für die Zurverfügungstellung der Pressescreener. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch mega viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich tierisch auf euer Feedback, das ihr gehandelt lassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie euch unsere Filmbesprechung gefallen haben und vor allem auch, ob ihr selbst mal daran teilnehmen wollt, ob ihr mal, keine Ahnung, in der Sneak oder so einen Film vorab gesehen habt und den besprechen wollt, denn auch die besuchen wir regelmäßig und haben da häufig die Gelegenheit vorab Filme zu sehen und eben auch zu besprechen. Wir freuen uns total auf euch, wollen unbedingt was mit euch machen, meldet euch. Dann wäre es voll toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, Google Podcast, Facebook, Podcast.de und bei den ganzen anderen Plattformen, die es gibt, um Podcasts zu bewerten. Das würde uns sehr helfen und den Tele-Stammtisch ein klein bisschen nach vorne bringen. Wäre voll toll. Yo, 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 war mega geil. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, liebe Zuhörer und Interessenten am kulturellen Austausch. Willkommen zur hochseriösen und in keinster Weise in Albernheiten abdriffenden Besprechung der beiden Werke Borat und Borat. Die Untertitel sind zu lang, als dass ich sie jetzt hier in voller Länge vortragen möchte. Sie sind jedoch überall einzusehen, insbesondere auch online. Ich bin Christopher, an meiner Seite sind heute Dominik, Wawawiwa, Sven, Jaksimash, und Stu. Ja, Baba, Baba. Genkui. Wir besprechen heute, wie schon erwähnt, das Double Feature der beiden Borat-Filme von und mit Sascha Baron Cohen. Eine Kultfigur, die 2006 eingeschlagen ist wie eine Bombe, im Positiven wie im Negativen. Neben zahllosen Verehrungen, neben Millionen von Fans und Leuten, die sich vor Lachen einfach nicht halten konnten, gab es auch entrüstete Reaktionen. Es kam zu Klagen, es kam zu Beschwerden von sowohl Regierungen als auch Pressevertretern, als auch Prominenten. Und jetzt 14 Jahre ist Sascha Baron Cohen, nachdem er auch Ausflüge ins seriöse Schauspiel gewagt hat und auch nebenbei noch andere Figuren dieser Art erfand, zurück mit einem zweiten Borat-Film, sehr kurz vor der anstehenden US-Wahl. Und das vollkommen beabsichtigt. Aber wir werden uns erst einmal dem ersten Borat-Film zuwenden, von 2006. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es war, als der Film anlief und vor allen Dingen auch der ganze Hype, den er mit sich zog? Ähm, nee. Also, was heißt nee? Ich weiß halt, der kam ins Kino und es war mir egal, weil ich, ich habe nicht viel davon mitbekommen. Ich habe halt nur so Szenen gesehen und das sah für mich halt aus wie so eine Klamotte, die halt unterhalb der Gürtellinie agiert. Und dann hat sich Thomas Gottschalk im Wetten das auch noch als Borat verkleidet und solche Sachen. Deswegen war mir das ziemlich egal. Ich habe ihn dann erst später, als er auf DVD rauskam, geguckt, weil dann ist auch zu mir übergeschwappt, dass das so ein Film ist, wo es, wie heißt das schön, don't judge a book by his cover. Ja, wirklich, das trifft's. Ja, bei mir war das, ich glaube, da war ich damals auf dem Gymnasium. Oder, ja, ja, doch, da war ich auf dem Gymnasium und alle haben halt irgendwie die Clips rumgezeigt, glaube ich, das weiß ich noch oder ständig irgendwie zitiert. Nee, rumgezeigt kann eigentlich nicht sein oder, weil da gab es ja noch keine Smartphones. Egal. Jedenfalls habe ich es damals schon so mitbekommen und dann habe ich ihn tatsächlich das erste Mal gesehen, als er auf RTL lief, als Free-TV-Premiere und, äh, ja, ich fand's geil damals schon, muss ich sagen, auch wenn der Film schon, ja, äh, schon so das sittliche Empfinden strapaziert, sage ich mal. Sven? Ja, bei mir war's, also bei mir war's ähnlich. Ich hab im Kino den Hype hab ich mitgekriegt, aber es ist dann immer so, wenn die zu gehypt werden, dann hab ich ja meistens keinen Bock drauf und hab ihn mir dann auf DVD reingezogen und dachte auch, oh, das wird wieder so eine Kaka-Pipi-Klamotte, aber ich war auch sehr überrascht über das, was halt noch einfach dahinter steht und was dann rauskam. Das hat mir dann schon sehr gefallen. Ja, ich war auch ziemlich, ich sah, ich erinnere mich an einen Beitrag, der auf ProSieben gezeigt wurde, wo irgendwie jemand von einem Mysterium, äh, Mysterium, der häufiger in Kasachstan war, äh, dann wieder zurück nach Deutschland kam, der, der sah dann Borat und war völlig entrüstet und meinte dann halt, das ist nicht das Kasachstan, das ich kenne. Das ist doch, das ist doch wohl nicht zu fassen. Wurde ja auch nicht da gedreht. Wurde nicht da gedreht. Ja, und der, der Mann war einfach, wie ernst der das genommen hat und dass der in keinster Weise irgendwie da die Satire dahinter erkannte, das fand ich schon sehr, sehr komisch. Und dann, das war der Moment, wo ich merkte, okay, der Film scheint irgendwie doch höhere Wellen zu schlagen, das ist nicht scheinbar nicht nur irgendeine Klamotte. Hier, äh, reiben sich doch die Gemüter ganz schön auf. Ich hab ihn dann aber auch nicht im Kino gesehen, hat dann bei mir auch länger gedauert, ich glaub dann später mal irgendwie im Pay-TV und heute weiß ich den etwas mehr zu schätzen als damals, weil ich auch, was die politischen Aspekte betrifft, da mehr dahinter steige. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Prank-Humor, wenn eine Person, die nicht weiß, was vor sich geht, dann eben von dieser anderen Person bis zur Unerträglichkeit verarscht wird, das, das ist nicht immer so meins. Da, da, da rollen sich bei mir die Zehennägel oft auf. Es kommt drauf an. ja, ich verstehe, was du meinst und manchmal denke ich auch, es wäre eigentlich angenehmer gewesen oder zumindest mal von der Chance, von der Chancengleichheit besser gewesen, wenn man das doch geskriptet hätte. Also zu sagen, okay, pass auf, wir setzen hier dich hin und da setzen wir dann ein Borat hin und dann geht's rund, weil sonst ist es manchmal wirklich so, ich mein, du kriegst natürlich dann die Reaktion, die du in dem, in der, in den Szenen jetzt halt hast, die kannst du da nicht so rauskitzeln und das ist es ja wahrscheinlich auch, weil wenn's geskriptet ist, dann wird's ja eher langweilig, sondern es kommt ja drauf an, um zu gucken, was passiert. Aber, ja, ich verstehe schon, manchmal ist es auch, ist es auch wirklich too much und da finde ich's auch eher unangebracht. Es kommt halt immer drauf an, wer in Anführungszeichen das Opfer ist oder wie die Opfer auch reagieren. Es gibt diese eine Szene im ersten Teil, wo er sich ein neues Auto kauft und dieser Verkäufer, der irgendwie, was weiß ich, Hammer oder Chevrolet, der wird dann von ihm gefragt, was ist denn, wenn ich da über Zigeuner drüber fahre, wie viel hält der Wagen aus und wo ich mir denke, wenn mir jemand diese Frage stellen würde, dann würde ich nicht sagen, ja, das hält der aus und würde sagen, sag mal, spinnst du? Was soll das denn für eine Scheiße? Aber der Verkäufer bleibt halt wirklich in seinem, ich endest mal Verkäufer-Modus. Das finde ich unglaublich komisch und da stört es mich dann auch nicht, dass er ihn vorführt. Ich habe durchaus eine Schwäche für Cringe-Humor. Ich mag es, wenn ich Gänsehaut bekomme vor lauter Fremdscham und es gibt guten Cringe, es gibt schlechten Cringe und bei Borat ist es meistens tatsächlich für mich guter Cringe. Ja, es ist so ein bisschen das, was, ich weiß nicht, ich meine, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass hier in Deutschland Christoph Maria Herbst mit Stromberg eigentlich auch so den Begriff Fremdscham wahlweise neu definiert oder tatsächlich ja, halt erfunden hat, so gesehen. Und hier trifft das eigentlich auch zu. Und es ist ja auch so dieses Mockumenterische, was wir hier einfach haben. Mir fällt auch noch ein Beispiel ein mit einer Äußerung, wo ich mir wirklich so dachte, also wie diese Amerikaner, die er da eben vorführt, wie die das einfach als gegeben und normal empfinden, was er sagt. Also ähnlich wie bei dem bei dem Hämmer-Typen, wo er sich eine Waffe kaufen will und dann keine kriegt, weil er kein Amerikaner ist und dann von wegen so, was ich muss tun zur Verteidigung gegen Jude. Ja, dann würde ich das und das empfehlen. Weißt du, nicht mal irgendwie eine Pause oder so oder irgendwie so, meint der das jetzt ernst? Nein, ja, Jude, hier, ja, perfekt. Boah, so, das denkt man sich echt so teilweise, also was, vor allem das sind ja nicht absolute Hinterwäldler, die er da gefragt hat, meistens, also teilweise schon, aber jetzt nicht durch die Bank, sage ich mal. Also für mich ist tatsächlich Borat der erste Teil dann am schwächsten, wenn er keinen, in Anführungszeichen, Spielpartner hat oder wenn er einen Spielpartner hat, der weiß, was los ist. Der hat ja seinen Agentenmanager bei sich. Produzenten. Oder Produzenten, da gibt es ja auch so einige Situationen, also ich sage mal, dieser Ringkamp oder so, das lässt mich, das lässt mich ziemlich kalt, das ist halt ekelhaft, aber für mich, in meinen Augen, nicht so noch nicht witzig, aber halt, wenn er halt diese, die, wie soll ich sagen, das wahre ich, klingt jetzt ein bisschen zu übertrieben, aber ich nenne es einfach mal so, das wahre ich, dieser Leute hervorkramt, weil sie glauben ja, sie sind in Sicherheit, sie glauben ja, dass sie überlegen sind, diesem kasachstanischen Reporter, ja, der die Sprache nicht richtig kann und durch diese Überlegenheit, ja, zeigen sie ihr wahres Ich, so ist es mir immer aufgefallen, das ist mir aufgefallen, aber so habe ich es immer verstanden und das ist für mich die große Stärke. Also, der Beginn in seinem Heimatdorf ist lustig und geht auch schon gut an die Grenzen, aber wie gesagt, die wahre Stärke ist halt, wenn er dann in den USA ist und Leute hat, mit denen er agieren kann, die nicht wissen, was er ist. Ja, und wie weit das dann auch geht, wie, wie, wie sehr die gewillt sind zu sagen, gut, er versteht das wohl nicht besser, dann helfe ich ihm da mal und das ist immer der Punkt, wo ich mich frage, ist das jetzt wirklich gestellt oder, oder würden diese Leute wirklich so darauf reagieren? Was ich zum Beispiel explizit meine ist, wenn er da bei diesen, dieser Gruppe von Leuten ist, wo er irgendwie Tischmanieren oder eben das Auftreten in der feinen Gesellschaft lernen soll und er geht ja dann auf die Toilette und bringt ja dann seinen Stuhlgang wieder mit in diesem, ne, zusammengebundenen Häufchen. Es heißt ja auch Gang und ich bleibe. Ja, und dann, und die, wie gelassen, okay, nicht unbedingt gelassen, aber die, die, die Frau geht dann mit ihm auf die Toilette, erklärt ihm haarklein, wie das eigentlich abläuft mit dem Toilettenpapier, etc. Ich bedenke, also, so viel Geduld und so viel in großen Anführungszeichen Toleranz kann doch echt kein Mensch in so einem Moment aufbringen. du musst bedenken, dass die Frau sich ernsthaft denkt, oh, der kommt halt aus so einem osteuropäischen Land, natürlich weiß der nicht, wie eine richtige Toilette funktioniert. Ja, aber du musst, du musst bedenken, das ist ja auch irgendwie eine Benimmtante gewesen, also, die ist ja irgendwie auch geschult in so einer, so einer Scheiße wortwörtlich und, also, das, also, die Reaktion von der fand ich eigentlich schon ziemlich glaubwürdig, dass, und auch, wie sie, wie sie damit umgegangen ist, also, zwischendurch, also, während er weg ist, reden sie ja auch über ihn von wegen so, ja, er, die kulturellen Unterschiede sind zwar gefühlte Universen, aber er könnte ein guter Amerikaner werden, ne, da merkst du eben auch, wie, wie letzten Endes auch jemand ins, ins Schema gepresst werden soll und du merkst auch, also, ohne Scheiß, ich glaube, dass ein Großteil der Leute, die ja da anquatscht und belästigt, dass die nicht mal wissen, wo Kasachstan liegt. Ja, klar, das ist so. Also, das, das ist, ich meine ganz ehrlich, manche Amerikaner wissen wahrscheinlich nicht mal, wo Deutschland liegt und das führt er damit auch vor, ne, also, wirklich so diese, diese, diese hinterwäldlerische Fremdheit gegenüber dem Fremden, könnte ich es mal nennen. Aber da sieht man es mal wieder, also das fand ich, ich fand es auch witzig, wo sie das gesagt hat, aber es ist, es ist erschreckend, ja, wie, wie man sagt, okay, gut, weißt du was, wie die Borg, wir assimilieren dich einfach, wir nehmen dich ins Kollektiv auf, dann klappt alles, also wir kriegen, wir werden dich so schnell amerikanisieren, so schnell kannst du gar nicht gucken, wo du denkst, okay, okay, die haben, das ist einfach schon übel. Ja, aber das ist auch das Clevere, wie er dann wirklich so diesen Integrationsgedanken dann aufnimmt und immer weiter provoziert, einfach, ne, das, du merkst auch wirklich, dass er, also, man kann jetzt von dem Kerl halten, was man will, von Sacha Baron Cohen, für mich ist das so ein Grenzgänger wirklich schon, aber man muss sagen, der ist ja anscheinend wirklich ein Meister der Improvisation. Ja, also, ich will halt nicht wissen, wie oft er kurz davor vielleicht auch stand, aus der Rolle zu fallen, weil man hat ja wirklich den Eindruck, es passiert ihm nie. Er hat nie Momente, wo er selber darüber lachen muss, oder wo er selber auch anfängt zu fürchten, wenn Leute eher, ne, genervt auf ihn reagieren. Er bleibt die ganze Zeit in der Rolle und zieht das so durch und ist, kommt praktisch auch mit jeder Situation klar und kann praktisch alles, was ihm entgegengeschmissen wird, jedes Mal nutzen für einen weiteren Gag. Also, das ist, das ist schon ein Ausnahmetalent. Obwohl, ich muss sagen, weil es erst du gerade den Anfang des Films ansprach, der ist zwar lustig, aber ich muss sagen, da kann man sich auch gern die Kritik vom YouTube-Kanal Cinema Strikes Back angucken. Die haben verwiesen auf diese Doku When Borrowed Came to Town, die von der BBC produziert wurde und die dann zeigt tatsächlich, naja, wie die Filmcrew da halt mit den Leuten in diesem Dorf in Rumänien, wo es eigentlich gedreht wurde, umgesprungen ist und einer von denen hat ja dann auch irgendwie Cohen verklagt und was hat er von ihm dafür bekommen? Zehn Euro. Und, also, weil er da irgendwie als Abtreibungsmacher und Dorf vergewaltiger hingestellt wurde, also die hatten auch wohl wirklich, also keiner von denen sprach da Englisch und die hatten keine Ahnung, was die da drehen und, ja, das hat Cohen natürlich dann irgendwie auch ausgenutzt, um sie, ja, eigentlich fortzuführen, ne? Also, dadurch hat das für mich immer so ein, oder jetzt inzwischen, nach der Sichtung dieser Doku, die ich, die ich empfehlen kann, die findet man auch auf YouTube, wenn man in der englischen Sprache mächtig ist, dadurch hat es dann schon so einen bitteren Beigeschmack, was sie in Kasachstan zeigen und was man dann auch merkt im, im zweiten Teil, dass die da deutlich zurückhaltender geworden sind, das zu zeigen, ne? Wusstet ihr eigentlich, wer Borat eigentlich drehen sollte? Oder wer ihn gedreht hat für elf Tage und dann ans Handtuch geschmissen hat, weil er mit Cohen nicht klarkam? Ne, das hab ich nicht gehört. Äh, Todd Phillips. Ach ja, der ist ja noch als Produzent gelistet, ne? Genau, genau. Todd Phillips hat angefangen zu drehen, hat elf Tage durchgehalten, danach hat er sich mal ausgehalten, das muss wohl zwischen ihm und Cohen ordentlich gekracht haben. Vor allem diese eine Szene bei diesem Rodeo soll wohl dazu beigetragen haben, dass Phillips irgendwann nicht mehr konnte, keinen Bock mehr hatte. Vor allem, weil es ja sogar ein Drehbuch gab, das geschrieben worden ist von Seth Rogen und Patton Osholt, was Cohen aber eher, naja, stiefmütterlich nutzte für den Film. Ja, ironischerweise hat dann Todd Phillips sogar noch eine Oscar-Nominierung beim Drehbuch gekriegt, ne? Ja. Anteilnahme dazu vielleicht zehn Prozent oder weniger. Ja. Ja, es ist jetzt so die Frage, sehen wir denn noch irgendein äh, Footage, was, was Todd Phillips gedreht hat, was im Film gelandet ist? Naja, also dieser Rodeo-Rant, der ist ja komplett drin. Also die, ach, also, also das mit der Nationalhymne. Ja, genau. Was ja auch wirklich eine geniale Szene ist, ne? Ja. Allein schon die Art und Weise, wie er da die Wörter umdreht, ich meine, er sagt ganz bewusst nicht War against Terror, sondern War of Terror. Ja. Dass halt, dass das eben so klingen lässt, als wäre eben das, was George Bush da veranstaltet, der wahre Terrorakt. Ja. So, so ist es ja dann auch richtig übersetzt. Und die hören einfach nur das, was er sagt und, und Krieg und Bush und wir unterstützen und schon jubeln die, ohne genau eigentlich dahinter zu steigen, was da gerade passiert. Ja, das ist eigentlich für mich auch so ein Highlight, ich stelle. Ja, die Szene, die steht eigentlich auch so, also das ist für mich mit die stärkste Szene des Films und die steht eigentlich Pate dann für das, was, was Cohen einfach macht. Er lockt die Leute, äh, einfach in eine Situation mit gewissen Aussagen und dreht es dann irgendwann völlig um. Und spätestens, wenn er dann anfängt, die kasachische Nationalhymne auf der Melodie der amerikanischen Nationalhymne zu singen und das halt wirklich einfach nur gequälte Scheiße ist, das, das ist herrlich. Und das, das muss man sich, also das kann ich auch nochmal sagen, guckt euch den Film bitte im Original an. Die Synchro von Tobias Meister ist zwar großartig, er hat glaube ich sogar einen deutschen Synchronpreis dafür gekriegt, irgendwie Publikumspreis oder was, aber ganz ehrlich, Sascha Baron Cohen darf man nicht synchronisieren. Und erst recht nicht in dieser Rolle. Aber wenn du gerade schon gesagt hast, hier mit der Nationalhymne, habt ihr gewusst, dass bei der Ehrung der Goldmedaille in Spotschießen hat eine kasachische Dame, die, ja, wie gesagt, die Goldmedaille errungen und die haben die Nationalhymne gespielt, aber die Borat-Nationalhymne, wo es um Prostitution und Waffen geht, und nicht die echte kasachische Hymne, sondern dieses Ding da rausgewechselt. Oh Gott. Und die Madame hat es über sich ergehen lassen und danach hat dann die kasachische Regierung zugeschlagen und hat gesagt, das geht so nicht. Und die dachten halt, oh nö, ist doch eure Nationalhymne, ist doch alles nass. Da muss man aber auch mal Verständnis dafür haben, wie stinkend sauer die kasachische Regierung war und da muss man auch sagen, gerechtfertigt. Weil so sehr er es sich hier auf die Fahne geschrieben hat, die Ignoranz, Verbohrtheit und auch die Kleingeistigkeit der Amerikaner vorzuführen, Kasachstan kommt da um einiges schlechter weg und auch mit sehr viel unverschämteren Klischees und Dingen, die so ja auch nicht zutreffend sind. Also wie sehr das Land nur wegen dem Film gelitten hat, der Ruf des ganzen Landes gelitten hat, da können wir uns gar kein Bild von machen. Wobei die Touristenzahlen gingen nach dem Film ordentlich in die Höhe. Ja. Und ich muss auch sagen, also für mich war immer klar, am Anfang dieses Dorf, das ist halt wirklich komödiantisch, fiktiv überzeichnet, bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Und ich finde, das ist so ein schönes... Wörter finden willst du. Heute in der Ich-bin-Domin-Edition. Das ist so ein schöner Bruch, finde ich, zwischen diesen Fiktiven und dann halt eben dieser, auch wieder in Anführungszeichen, dieser Realität, die da entgegengestellt wird. Deswegen habe ich nie wirklich für mich jetzt so wahrgenommen, dass es irgendwie eine Schandtat ist, was er da macht. Dass er jetzt diese Dorfbewohner ausgenutzt hat, gut. Kann ich nichts zu sagen, wusste ich jetzt nicht. Aber ich fand immer, dass die Leute, die er da wirklich in die Ecke stellt und den Finger auf sie zeigt, nicht die Kasachen sind, sondern halt eben die Amerikaner. Ja, was ich so bemerkenswert finde, dass, also klar, natürlich ist das in Kasachstan total überspitzt. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es in den USA gar nicht mal so anders, nur deutlich subtiler, was da abgeht eigentlich. Also es ist jetzt natürlich nicht so überspitzt da, wie in diesem Dorf da. Da ist ja wirklich alles so spät. Ich meine, da gibt, weiß ich nicht, mit dem, mit dem, oh Gott, mit dem Judenlauf, das, Alter, ey, das, das kippt mich jedes Mal, wirklich. Mit dem Judenküken, was zerklopft wird, bevor es schlüpft. Und dann dem, dem Kindergarten, die sitzen da irgendwie mit Maschinengewehren. Und... Wo ich jedes Mal wirklich die Tränen ausbreche, ist, das ist meine Schwester. Oder seine Mutter, sie ist 43 Jahre alt. Die sieht aus, als wird sie gleich in die Kiste gepackt. Oh Gott, ey. Ich finde, Dorfergewalt, Dorfergewaltiger ist ein Knaller. Allein deswegen würde ich nach Kasachstan fahren und ein Zelti machen. Ich würde 20 Euro bieten. Jetzt haben wir ja tatsächlich auch sowas wie ein Narrativ oder eine bestimmte Struktur ab einem gewissen Zeitpunkt. Weil Borat sieht ja in seinem Hotelzimmer eine Episode von Baywatch und fasst dann den Entschluss, Pamela Anderson heiraten zu wollen. Und begibt sich dann Richtung Kalifornien. Wie fandet ihr diesen Plot? Fandet ihr das von Anfang an doof? Oder fandet ihr, das war halt gut für die Gags? Ich meine, weil der gesellschaftskritische Aspekt, der geht ja dann so ein kleines bisschen flöten im letzten Drittel, finde ich. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich kann verstehen, dass sie es reingenommen haben, weil ansonsten hättest du so einen mittellangen Spielfilm gehabt. Stören tut es mich nicht. Aber ich kann nicht davon behaupten, dass ich glaube, dass es der Film wirklich so einen narrativen roten Faden gebraucht hätte. Vor allem, weil er ja echt sehr spät erst kommt. Och, na ja. Also, das ist ja eigentlich relativ am Anfang. Und ich fand es eigentlich ein probates Mittel, um aus dem Ganzen halt ein Rope-Movie zu machen. Also, dass sie halt quer durch die USA fahren von New York nach Los Angeles, damit er die da irgendwie auf kasachische Art heiraten kann. Das fand ich eigentlich schon sehr lustig. Und ich finde eigentlich nicht, dass der kulturelle Aspekt flöten geht, weil wir ja auf dem Weg dahin etliche Sachen erleben. Also, eines der Highlights ist ja dann irgendwie dieses jüdische Bett and Breakfast, wo sie reinkommen, ne? Och, das ist auch generell so dieser ganze Judenhass zieht sich ja komplett durch. Also, ich finde das ja auch so geil, wo er dann irgendwie sagt von wegen, wir wollen nach New York kommen, aber Azamat will nicht fliegen, weil für den Fall, dass Juden ihren Terroranschlag vom 11. September wiederholen. Vor allen Dingen ja dann auch auf der Fahrt irgendwann in diesem Eiswagen sagt Azamat zu ihm, wir sollten zurückgehen nach New York, da gibt es wenigstens keine Juden. Genau, genau. Und ich finde es amüsant, dass Dominik gerade in zweieinhalb Sätzen Judenhass und finde ich gut gesagt hat. Ja. Hätten wir besonders bösartige Schnittmeister beim Telestammtisch, könnte man dir jetzt was anhängen. Die haben wir aber zum Glück nicht. Ja, ich bin es selber. Ich hänge mir selber was an. Das ist auch schon vorgekommen. Ja, ich demaskiere mich selber, indem ich einen Sacha Baron Cohen-Film bespreche. Aber diese Szene mit dem jüdischen Bett im Breakfast, da würde ich gerne gleich beim zweiten Teil nochmal drauf eingehen. Ja, ja, gerne. Man muss auch sagen, der zweite Teil schlägt ja doch an einigen Stellen den Bogen zum ersten. Das kann man schon mal sagen, das ist dann so Fluch und Segen zugleich, sage ich mal an manchen Stellen. Aber da kommen wir dann gleich drauf. Ja, was kann man noch zum ersten Teil sagen? Ich könnte noch sagen, dass ich finde, dass ich Borat, so gut ich ihn finde, aber er hat sich sehr schnell totgelaufen. Also dieser Hype. Und war dann doch sehr dankbar, dass er nicht dann direkt Borat 2 gemacht hat, sondern halt Bruno, den ich jetzt auch deutlich schwächer finde, aber ich finde, die kann man noch gucken. Und dass er dann den Diktator gemacht hat, der ja wirklich eine ganz klare narrative Komödie ist. Weil ganz ehrlich, Borat war so ein großer Hit, das würde ich auch im zweiten Teil behandeln, dass jeder ihn erkennt. Ja. War es bei euch auch so, dass ihr so Borat gesehen habt und dann irgendwie nach einer gewissen Zeit aber gesagt habt, Leute, es war echt schön. Aber hört mir bitte mit dem Wawa WeWa jetzt mittlerweile auf. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich war ja schon immer der Meinung, dass halt Schockhumor, es ist halt, Schockhumor hat in dem Moment, in dem es kommt, eine große Wirkung. Aber der große Nachteil an Schockhumor ist immer, es verfliegt genauso schnell wieder. Was gestern noch provokativ ist, ist heute eher lahm. Und deswegen ist es schwierig, als Schockkomiker dauerhaft irgendwie das Publikum bedienen zu können, bei der Stange halten zu können. Das hat man gerade bei ihm ja auch gesehen. Bruno war mehr oder weniger einfach more of the same, nur eben mit einem anderen Charakter. Und es haben sich nicht halb so viele Leute dafür interessiert. Ah, der war eben auch nicht so gewitzt einfach. Also der hat zwar auch so seine Spitzen. Wobei, Bruno hat eine der besten Session von Cohn-Szenen, wie ich finde. Welche? Wo er in dieser Talkshow ist, dieses afrikanische Baby, der hier was adaptiert hat und sagt dann, ich habe ihm einen traditionellen afrikanischen Namen gegeben. O.J. Ja, ja, das ist schon herbe. Vor allem die Reaktion des Publikums. Ja, weil es komischerweise auch 20 Jahre, 25 Jahre später nichts gibt, was die afroamerikanische Gemeinde schneller auf die Palme bringen kann, als der O.J. Simpson-Fall. Ja, das ist der ultimate Trigger in dem Fall. Gut, ich denke dann, wenn ihr nichts mehr habt, habt ihr noch was zum Ersten? Ich nicht. Oh, ich habe noch ein paar Fun-Facts. Bitte! Facts, 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 facts. Ja, gerne, her damit. Ja, 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 das Team wurde mehrfach vom FBI überwacht, weil sie dachten, es wäre Terroristen. Ja. Also sie wurden wohl bei ihrem Hit-and-Run-Aufnahmen mehrfach gesehen und wurden dann gemeldet und auch mehrfach sogar verhaftet. Wie oft, habe ich jetzt leider nicht rausgefunden. Und dann hätte ich noch, die Taz hat eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen Borat gestattet. Die wurde aber eingestellt. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob sie das mit der Verhaftung, ich weiß nicht, der Asamat ist ja zwischendurch weg. Könnte das das vielleicht sogar sein? Nee, der musste mit des Bartens drehen. Okay. Da dachte ich mir auch ganz, man hat den ja auch nie wieder gesehen. Eigentlich lebt der eigentlich noch. Oh, doch, war der nicht sogar auch in Get Smart? Mit The Rock? Der war nach Borat im Paarfilm. Aber ob der halt noch unter den Nebenden weilt, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, der, oh, der, oh, der, Alter, der ist so ein, der ist für mich so ein Steven Seagal. Guck dir mal die, die, die IMDb an bei dem. Der hat ja 20 Projekte am Laufen. Warum auch immer. Also ich habe den eigentlich gefühlt nie wieder gesehen, außer im Meet des Bartens. Ein Cobra Kai ist da drin. Okay, das stelle ich mir interessant vor. So lange er nicht nackt ist. Ja, ja, das, oh Gott, ey, also ... Die Szene haben wir schon erwähnt, aber die ist halt echt ... Alter, ey. Ja, aber auch da wird wieder so diese Grenze gesprengt, von wegen, wie viel ist da abgesprochen und wie viel ist da echt. Also, wenn du da nackt durch eine Hotel-Lobby rennst und dann auch noch in einen Raum, wo gerade eine Versammlung abgehalten wird. Ich denke, die Security wäre da sehr viel schneller zur Stelle. Ja. Ja, das ist nämlich genau das, was mich so am Ersten, auch weil du vorhin auch dieses Pamela Anderson-Ding angesprochen hast, auch so ein bisschen stört. Der kommt mir teilweise zu leicht, zu nah ran. Ja. Der würde ihr niemals ... Also, was ich rausgekriegt habe, ist ja auch, dass diese Szene auch geskriptet ist. Also, sie wusste wohl grob bereits. Ja, ja, klar. Das Einzige, was wirklich echt war, war wohl die Flucht auf den Parkplatz. Und, ja, das ist mir dann ... Also, der einen Sack überzustülpen, der hätte so schnell 40.000 Taser im Arsch. Ja, ja. Da würden sich sogar seine Barthaare aufstellen. Also, das ist halt das, wo mich so ... Also, wenn es zu arg ist, und da komme ich auch im Zweiten drauf, dann hat es mir in dem Fall keinen Spaß mehr gemacht. Weil, wenn ich eine Komöte sehen will, gucke ich mir eine Komöte an. Und wenn ich aber eine ... Ja, eine Mogumentary. Die dann doch schon eher auf die Reaktion der Leute abzielt und die dann bitte auch echt sein soll. Finde ich, ja, fast schon ein bisschen beschiss. Ich hätte noch am Ende so eine Frage, die jetzt du eigentlich auch schon so ein bisschen angeschnitten hast. Findet ihr, dass der Film gut oder schlecht gealtert ist? Ähm ... Er ist auf jeden Fall gealtert. Das finde ich schon. Ja, ja. Das Problem ist aber, dass er halt einfach da Themen drin hat, die leider Gottes schon so einen universellen Charakter haben. Ja, ja. Heute mehr denn je. Aber er ist gealtert. Vielleicht, wenn man sich auch dran gewöhnt hat. Ja, also er ist vielleicht gealtert von der ganzen Methodik, wie dieser Humor funktioniert. Aber von der Problematik her ist er leider nach wie vor aktuell. Und das ist insgesamt eher traurig. Aber für den Film dann halt eine gute Sache. Ja, das führt ja uns fast schon rüber zu Teil 2, mehr oder weniger. Genau. Was ich noch höchstens sagen wollte, also, weil ja auch gerade Sven meinte, von wegen, die wurden für Terroristen gehalten. Ich glaube, das haben sie dann da eingebaut, auch in der Szene vorm Rodeo. Da redet ja dieser eine Typ mit ihm und sagt dann irgendwie, ja, rasieren Sie sich den Bart ab. Sonst denkt man sich von wegen, was, ein scheiß Moslem? Was hat der wohl für eine Sprengweste umgeschnallt? Und dann geben sie sich auch irgendwie High-Five von wegen, ja, die, die küssen, die sperren wir ein oder verbrennen wir oder erschießen wir. Ja, das versuchen wir in Amerika auch durchzusetzen. High-Five. Boah, das sind halt echt so Momente, wo dir wirklich einfach nur das Lachen im Halse stecken bleibt. Wobei ich einen dann auch sehr lustig finde, wo er mit diesem schwarzen Republikaner da sitzt und dem dann irgendwie aufzählt, was er mit den ganzen netten Menschen von der Gay-Prate gemacht hat. Vor allem dann auch der Gesichtsausdruck. Oder auch von diesem anderen Republikaner, dem er irgendwie sagt von wegen, es ist Tradition, irgendwie Käse zu essen. Ja, den Käse hat meine Frau gemacht. Sie macht es von Milch aus ihre Titten. Und der Gesichtsausdruck war einfach nur so eingefroren von wegen. Ja. Ich will jetzt hier nicht negativ auffallen. Schließlich sind ja Kameras auf mich gerichtet. Ich meine, ich glaube, das ist wohl in vielen Szenen der Hauptgrund, warum es da nicht zur Eskalation kommt. Weil sich in der Öffentlichkeit die Blöße geben, ist in Amerika nach wie vor ein großes No-Go. Man ist in Amerika zu Hause hinter verschlossenen Türen ein Unmensch und ein Arschloch. Aber nicht, wenn andere zusehen. Allerdings finde ich diese zwei Szenen letztlich ein bisschen schwach, weil sie ja nur auf diesen einen Gag abzielen. Da kommt ja wirklich nichts mehr. Ja, das ist ja auch eine sehr kurze gewesen. Aber die mit dem Rodeo-Typen fand ich trotzdem ... Ja, die ist besorgniserregend. Das würde heute genauso noch ablaufen. Also da ist der Film auch eigentlich, finde ich, zeitlos. Und inwiefern sich da auch nicht viel verändert hat, zeigt er dann eigentlich auch Teil 2. Somit schließen wir das erste Kapitel unseres kasackischen Freundes und machen jetzt einen weiten Sprung. Machen wir kein Rating? Kein Rating? Ja, gut, Rating kann man in dem Fall. Kann man schon machen. Ja gut, ich gebe knappe 4 von 5. Ja, ich ... Ja, so zwischen 3,5 und 4. Kasachische ... Nee, Quatsch, Zigeunertränen, genau. 3,5 von 4, ja, das passt. Da schließe ich mich an. Ich gebe 3 von 5, ja. Hat immer noch seine Momente, die einem einfach umhauen. Aber man merkt es halt auch. Wir leben in einer Zeit mit einer anderen Sensibilität. Und manches davon funktioniert einfach nicht mehr so gut. Ob der Zweite das vielleicht toppen kann, darüber reden wir jetzt. Wir machen jetzt, wie schon gesagt, einen weiten Sprung. 14 Jahre hat es gedauert. Und nun ist er wieder da. Zum zweiten Mal. Und das ganz bewusst, ganz kurz vor den Präsidentschaftswahlen. Ja, vor allem kommt dieser Film halt wirklich völlig aus dem Nichts. Also, das hat ja wirklich keiner mitgerechnet. Keiner war es irgendwie großartig von gewusst. Und dann kam die Ankündigung und wenig später die zweite Ankündigung, dass er dann halt irgendwie kurz vor den Wahlen auf Prime läuft. Also, da muss man, wobei, sollte man sagen, vor, ich glaube, zwei oder drei Monaten gab es schon eine News, dass Baron Cohen halt gesehen worden ist bei so einer Veranstaltung. Und da ging schon so, da wurde die Gerüchteküche schon befreit, kommt ein neuer Borat-Film. Ja. Und das sollte sich dann bewahrheiten. Ich finde es gut, dass es so gelaufen ist. Also, da große Geheimnis-Krämmerei oder dass man jetzt so überrascht ist. Weil, ja, Borat kann halt überraschen. Das ist schön. Wir sollten dann aber, glaube ich, mal klären, was jetzt so die, ja gut, der Film hat sogar mehr Handlungen als der Vorgänger. Wir haben jetzt beim Vorgänger ja gar nicht so wirklich gesagt, was jetzt so das Handlungsgerüst ist. Das sollten wir jetzt hier, glaube ich, schon machen. Er ist halt Reporter aus Kasachstan, der hat nach Amerika, um die kulturellen Differenzen festzustellen. So, das ist im zweiten Teil ähnlich. Diesmal hatte er seine 15-jährige Tochter dabei, die immer noch nicht verheiratet ist, obwohl sie schon 15 ist. Das hat mir besorgt, dass ich denke, wie ich finde. Sie ist die älteste unverheiratete Frau in Kasachstan. Die älteste Frau in Kasachstan. Und gerade der Anfang, der macht ja was wirklich Großartiges. Der nimmt alle losen Fäden vom Ersten und klärt uns über alles auf, was passiert ist. Und lässt auch die realen Einflüsse da mit reinkommen. Weil wir sehen am Anfang, Borat ist in einem Gefangenenlager, weil er eben so viel Schande gebracht hat über die Nation von Kasachstan. Gulag, im Gulag. Genau. Weil eben diese Dinge aus der Realität da wunderbar hier ins Skript mit einfließen. Und ja, ich finde es gut, dass er das verarbeitet und nicht einfach völlig ignoriert hat. Ich finde es schön, dass Borat 2 genauso anfängt wie Rambo 2. Stimmt. Stimmt, ja. Oh Gott. Eigentlich schon, ja. Ja. Absolut. Spannend, wie der Dritte dann anfangen wird mit ihm in einem Kloster. Ja, es wird fantastisch. Ja, vor allem wird dann Coen deutlich älter sein. Wobei man muss sagen, er ist irgendwie gefühlt um keinen Tag gealtert, ne? In der Rolle. Also das wirkt so, als wäre der erste Teil irgendwie, weiß ich nicht, 4 und nicht 14 Jahre alt. Also da merkt man gar nichts, finde ich. Dass hier und da der Schokomor aber auch noch tatsächlich zielen und wirken kann, das habe ich in einem Moment sofort gemerkt, der mich eiskalt erwischt hat. Wir kriegen nämlich ganz kurz erklärt, warum eben sein Partner dieses Mal nicht dabei ist. Das war, glaube ich, der derbste Kick im ganzen Film. Da war ich fertig, wirklich. Ja, ja. Das, boah. Also da dachte ich mir so, Alter, vor allem, ich glaube, da geht der gerade mal irgendwie zwei Minuten oder so. Das, man muss ja sagen, also das in Kasachstan, das wird sehr, sehr kompakt abgefrühstückt, wirkt aber überhaupt nicht gehetzt und er greift da wirklich schön auf, naja, wie ihm halt die Regierung aufs Dach gestiegen ist. Also man hat auch gemerkt, dass er sich beim ersten Film durchaus die Finger verbrannt hat, insofern, dass er dann halt hier beim Diktator tatsächlich eine komplett fiktive Nation hatte. Also mit diesem Vadija, ne? Da merkt man, da ist er vielleicht dann auch irgendwo, also da ist auch eine gewisse Einsicht, finde ich. Und er zeigt hier ja wirklich nicht viel vom Dorf eigentlich. Aber letztlich, seien wir ehrlich, ist, ja, Bora 2 ist stringenter erzählt und hat einen deutlich röteren Handlungsfahnen als der Vorgänger. Aber auch da ist es mehr so ein, etwas sehr Episodenhaftes. Ja, ja, das konnte man, glaube ich, auch durch das Konzept einfach an sich, würde ich sagen. Beziehungsweise ist jetzt so die Frage, ob sie halt eine grobe Leitschnur hatten und wenn, die muss ja zwischendurch völlig angepasst worden sein, weil eben, ja, Corona, kann man nicht anders sagen, ne? Und das kann ich schon mal sagen, ich finde es großartig, wie sie das tatsächlich in den Filmen eingebunden haben. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, wenn man den ersten Teil kennt, kann man verstehen, okay, Borat ist nicht bekannt. Aber leider war der erste Teil, das heißt leider, der erste Teil war ein großer Erfolg und das mussten sie ja hier irgendwie unterbringen. Und das machen sie, indem sie Borat durchaus auch noch in seiner, in Anführungszeichen, normalen Identität agieren lassen. Aber Borat verkleidet sich auch. Das heißt, wir haben also quasi Sacha Baron Cohen, der jemanden spielt, der jemanden spielt. Ja, wie hier Realität und Fiktion ineinander wunderbar übergehen, sieht man ja, wenn Borat einen Halloween-Shop besucht und dann ja eben da ein Borat-Kostüm sieht. Das ist großartig. Stupid Foreign Reporter steht da, glaube ich, irgendwie als Verkleidung. Wobei ich es dann schade fand, dass einige Szenen aus dem Trailer waren nicht drin, leider. Richtig, ja. Vor allem, wo er diesen Fettsuit da hat. I will be fed like American man. Ne, das war leider nicht drin. Jetzt haben wir, wie am Anfang schon erwähnt wurde, in diesem Teil ein deutlich konventionelleres Story-Gerüst mit seiner Tochter. Die er zuerst Mike Pence anbieten möchte und mit der es ja dann aber im Laufe der Handlung eine klare Annäherung gibt. Und bei ihm gibt es tatsächlich sowas wie einen Sinneswandel. Fandet ihr das für Borat passend oder fandet ihr das irgendwo zu sehr Hollywood? Ich fand's passend. Ich fand es auch sehr schön, dass der Film im Gegensatz zum ersten Teil ja fast schon sentimental endet. Weil, also, dieser Film ist eigentlich mit das Pessimistischste, was ich seit langem geguckt habe. Ich habe diesen Film heute gesehen als Screener, vielen Dank, liebe Amazon-Jungs und Mädels. Und ich habe gelacht. Aber nach dem Film wollte ich mich in den Ibrunalschlungen ins Bett legen und einfach den Weltuntergang warten. Ja. Also, ich meine, das war beim ersten Teil ja auch schon so, dass er Sachen gezeigt hat, wo man dachte, ja komm, das gibt's nicht, das ist übertrieben. Und dann sieht man halt so Sachen, wie er halt eben als Country-Sänger da so einen Anti-Obama-Song singt und irgendwelche Idioten, die dann mit Nazi-Gesten und Jubel rufen. Ja, 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 geil. Und noch so weiter und noch so weiter. Und ich war dann nach dem Film, ich war echt fertig. Ja. Ich war wirklich fertig, weil wir wissen ja, in welcher Zeit wir gerade leben. Ja. Und dieser Film, er war komisch. Und es ist ein guter Film, das sage ich auch schon vorweg. Aber ich war nach dem Film echt fertig. Ja, der hat eine noch bitterere Note als der erste Teil. Weil wir den ersten Teil eben auch aus Distanz betrachten können. Und hier ist es, also ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, der erste Teil, also hier wirkt es halt nicht, als wäre der 14 Jahre her. Aber dieser Film hier wirkt wirklich, als wäre der vor zwei Wochen im Kasten gewesen. Also das ist so zeitgeistig. Und ich muss sagen, da muss man ihnen auch wirklich Respekt zollen, dass sie das so toll wirklich eingebunden haben. Also mich würde mal interessieren, was eigentlich ursprünglich der Plan für die Handlung war. Ja gut, die Nummer halt mit Mike Pence, das ist schon klar. Aber Corona wird wirklich toll eingebunden. Und man merkt auch, dass es wirklich auch mitten in der Produktion passiert sein muss. Und dass auch Conan damit tatsächlich dann irgendwie auch, ja eigentlich auch seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Und auch die von seiner Co-Darstellerin, ne? Nee, durch den Schnurrbart kommen die wir nicht durch. Durch den Schnurrbart auf keinen Fall. Also ich finde ja, also das ist natürlich auch ein valider Kritikpunkt der Fortsetzung ist, sie schaffe es nicht mehr so zu überraschen. Ja. Aber ich finde, das sagt doch schon so viel über unsere Zeit aus. Ja, ja natürlich. Das hat mich fertig gemacht, ganz ehrlich. Echt? Also ich muss sagen, ich war enttäuscht. Ich finde ihn zwar gut, aber ich habe mir deutlich mehr erwartet. Einfach, weil auch die Aussprache heutzutage, ob es jetzt viral oder auch so draußen ist, ja auch einen deutlich härteren Gang eingenommen hat als von vor 14 Jahren. Also es werden ja Sachen gesagt, die hättest du vor 14 Jahren niemals, nicht mal gedacht. Und das wird heute einfach schön laut ausgesprochen. Und dafür war es mir zu zahm. Und es war mir persönlich tatsächlich zu strukturiert, um es irgendwo ernst zu nehmen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, ist das echt? Ist das gespielt? Ist das echt? Ist das gespielt? Und das hat mir relativ viel kaputt gemacht. Ja, es ist viel Narrative reingeschwappt. Und auch dadurch, dass, also man merkt, dass er den Film hier nach dem Diktator gemacht hat, der ja wirklich eine narrative Handlung hat. Und vor allem war ich auch überrascht, wie viel Platz seine Tochter einnahm. Also nicht nur... Die ich übrigens toll fand. Ja, die wirklich toll ist. Also man dachte sich so, ja Gott, wann kommt denn jetzt Borat wieder? Aber irgendwann ist der Gedanke bei mir verschwunden, weil ich gemerkt habe, dass sie wirklich ein ähnliches Improvisationstalent hat wie er. Und auch wirklich ihre Szenen gut tragen konnte. Und ihre Geschichte hat tatsächlich sogar, also so bizarr das jetzt klingen mag, aber es tut schon recht, es ist eigentlich ein pessimistischer Film. Und ihre Rolle ist eigentlich sogar was bizarr Hoffnungsvolles in dem ganzen Treiben. Ja, weil sie es halt schafft, sich zu behaupten, sich zu verwirklichen. Und ich finde, du hast, gerade eben haben wir im ersten Teil ja schon dieses jüdische Back-and-Breakfast besprochen. Und da ist es, da geht er ja voll auch auf Humor, ja. Und jetzt gibt es ja auch eine Szene im zweiten Teil, wo er auch auf Juden trifft. Und natürlich ist die wahrscheinlich nicht zufällig, die ist wahrscheinlich auch gestellt. Aber das macht auch sehr deutlich, dass der Cone da schon, ja, sentimentaler wird und hoffnungsvoller auch. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gebracht in dieser Szene, wo er halt eben als Judenklischee verkleidet, in diese Synagoge geht und diese beiden Damen da trifft und mit denen diese kurze, aber sehr aussagekräftige Unterhaltung hat, wie ich finde. Und das tat dem Film echt gut, wirklich. Weil damals, also wie gesagt, es gab damals schon diese ganzen Probleme, aber die hatte ich damals nicht so auf dem Schirm. Mittlerweile, ich meine, die Welt ist ein Ort des Wahnsinns. Anders kann man sich sagen. Und wir stehen kurz vor einer sehr wichtigen Wahl in den USA und die Chancen, dass dieser orangefarbene Depp wiedergewählt wird, die sind leider nicht so gering. Glaubt ihr, dass der Wandel im Ton hier auch was damit zu tun haben könnte, dass ja der langjährigste Kollege von Sacha Baron Cohen hier nicht mit an Bord ist, Larry Charles, der war ja schon bei ihm bei der Ali-G-Show, dem Ali-G-Film, mit dem hat er ja schon sehr, sehr viel zusammen gemacht. Und hier fehlt Larry Charles. Und ich hab mich gefragt, gab's da zwischen den beiden irgendwie einen Streit? Ich hab das nicht weiter verfolgt, aber das war eigentlich, bei all seinen Projekten war er irgendwie immer involviert und hier ist er es nicht. Hm, na, es könnte verschiedene Ursachen haben. Vielleicht sogar eventuell, weiß ich nicht, der ist ja nicht mehr der jüngste Larry Charles. Der ist 63. Ja, und das könnte vielleicht sogar auch mit Corona zu tun gehabt haben, dass der zu alt war. Und du musst bedenken, der ist Risikogruppe. Na, und also wie, ich bin halt echt erstaunt, wie, wie, also ich kann's nur mal sagen, sie haben Corona wirklich gut eingebunden, für das wahrscheinlich nichts davon geplant war. Also selbst der ganze Verschwörungsscheiß wird ja auf die Schippe genommen. Und wie er dann, also ich hab wirklich gelesen, der hat volle fünf Tage mit diesen Trump-Q-Anon-Spasten in dieser Hütte verbracht. Ja. Da werd ich ja wahnsinnig. Nur da denk ich mir dann auch, wir haben, das kann doch nicht echt gewesen sein, weil wie die das gefilmt haben aus so vielen Perspektiven. Und dass das Team das mit dabei war. Ja, das waren ja versteckte Kameras wahrscheinlich. Ich weiß nicht, das war das, was Sven vorhin erwähnt hat. Du hast zu viele Szenen hier, die sind so dargestellt, als ob Sacha Baron Cohen mal wieder Ahnungslose vorführt. Aber die Art und Weise, wie die inszeniert sind, da denkst du dir, das kann doch nicht so abgelaufen sein, dass die Typen jetzt nicht mitgekriegt haben, dass sie gerade in einem Film sind. Und da hast du schon sehr viele Momente gehabt, wo ich mich gefragt habe, also jetzt kann hier die Illusion gerade für mich nicht richtig aufrechterhalten werden. Also ich kann es verstehen. Also ich hatte auch mehrere Szenen, wo ich dachte, dass das gespielt wahrscheinlich. Es war mir aber ehrlich gesagt vollkommen egal, weil es da mir auch um die Aussage ging. Und ganz ehrlich, solche Typen, wie er da vorführt, die gibt es halt auch wirklich. Das wissen wir spätestens, seitdem so ein veganer Koch und so ein komischer Schmusebade denken, dass irgendwelche elitären Typen Kinder aussaugen, um jünger zu werden. Ja, das hat er ja auch wunderbar aufgegriffen hier. Und dann das, ach, keine Ahnung. Also für mich kam das auch eigentlich ziemlich random in dem Film, ehrlich gesagt. Also es wirkte, auf mich wirkt es tatsächlich nicht gestellt. Also ja gut, wir in der Kameras Perspektiven, da kann man jetzt drüber streiten. Aber das waren ja ... Ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist durchaus machbar, so was aufzunehmen, weil du musst denen ja nur irgendwie glaube ich versichern, ey Leute, wir möchten uns einfach nur beobachten. Wir sind eigentlich auf eurer Seite. Ja. Seht mal den Typen da, die könnt ihr überzeugen. Ich glaube, da sind die dabei. Ja, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich muss allerdings so sagen, du, weil du ja gerade meintest, diese Szene mit der Holocaust-Überlebenden wäre vielleicht irgendwie gestellt. Das ist sie tatsächlich nicht. Und Coen hat jetzt schon irgendwie die Klage am Arsch. Nein, nein, dass sie einfach ... Also ja, ich hatte da das Gefühl, dass sie sehr seltsam, also das ist seltsam, aber sehr gefasst darauf reagieren, was da passiert. Ja, ja. Ja gut, das mag stimmen. Ja gut, vielleicht waren sie irgendwie so halb eingeweiht. Also wie ich das gehört habe, dachten die halt, die drehen da halt eine Doku, aber sie wussten halt nicht, worüber. Oder wurden da halt hinters Licht geführt. Also vielleicht ... Das ist auch, glaube ich, so die Art von Coen, dass der die Leute nicht völlig im Unklaren lässt. Aber ich nehme an, die wissen irgendwas grob, aber er hat ihnen was völlig anderes kommuniziert, als das, was er dann eben macht draus. Es ist mir auch, wie gesagt, jetzt auch vollkommen egal, weil das Ergebnis zählt jetzt in dem Falle für mich. Und das Ergebnis fand ich super. Wir sollten übrigens auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass Sacha Baron Cohen übrigens Jude ist. Ja, das ist nicht so ... Also das ist ja ähnlich wie bei Kaya Yana zum Beispiel, der auch ständig über Türken herzieht. Das finde ich eigentlich auch immer sehr sympathisch, wenn jemand so sagt ... Heißt das, dass Mario Bart eine Frau ist? Möglicherweise, keine Ahnung. Ja. Kennst du, kennst du, kennst du? Ja. So habe ich das noch nie betrachtet. Ich muss aber sagen, dass der Film für mich auch so ein bisschen ... Ich war erstaunt, wie halt diese ganzen Szenen aus dem Trailer, also vor allem da, wo er sich als Donald Trump verkleidet, ich dachte eigentlich, das wird so der Höhepunkt des Films. Und halt irgendwie so im letzten Drittel, stattdessen kam das ... kam das irgendwie da in einer halben Stunde oder so. Auf der anderen Seite hat er ja dann den großen Zünder abgefeuert mit Giuliani jetzt. Also das geht ja schon ... Also da muss man sagen, da hat der Film eigentlich seinen Vorgänger schon eingeholt. Der Skandal ist ja schon da, bevor ihn die meisten überhaupt gesehen haben. Und das mit Giuliani ist schon ... Da müssen wir jetzt eigentlich in Hinblick auf seine Tochter müssen wir auch noch mal darüber sprechen eigentlich. Ja, wobei mir die Tochter am Anfang, also so teilweise schon ein bisschen auf den Sack gegangen ist, wo ich gedacht habe, boah, Hopp kommt, hätte der lieber Johnny the Monkey genommen. Das fände ich viel witziger, wenn er die ganze Zeit den Affen dabei gehabt hätte und hätte ihm dann, was weiß ich, die Mikrofons in die Hand gedrückt und gesagt, er ist in unserem Land, ist Pornos da. Aber dann hättest du die Thematik des Feminismus oder einfach nicht da gehabt. Dann hättest du einfach am Ende die Aussage gehabt, Affen, kämpft für euch. Ja. Ja. Aber die Szene zum Beispiel, also die Szene der Synagoge, die fand ich gut. Ich habe befürchtet, ich habe wirklich gedacht, wenn er jetzt anfängt, da abzufahren, aber er hat es Gott sei Dank nicht gemacht, so viel Verstand hatte er wahrscheinlich noch, dass er das dann doch schon mit Samthandschuhen anfasst, weil dann eins rauszuhauen von wegen, hier Holocaust gibt es nicht und bla. Und das ist schon sehr sentimental gemacht. Das finde ich auch gut, weil es auch eine Botschaft weiterträgt. Und das finde ich bei der Tochter, die sich wirklich auch gut entwickelt und von, oh mein Gott, die nervt mich jetzt schon, zu der Ballsalz-Szene führte, die ich ultimativ eklig finde. Ja. Und dann aber, für mich persönlich, zu einer, ja, von wegen, ihr könnt es schaffen, macht was aus euch und er dann ja auch Feminist wird. Aber diese Ballszene, das ist was, da denke ich mir, muss das sein. Ja. Das hast du doch nicht nötig. Ja, das ist so Frap-Boy-Humor, ne? Ja. Ja, das ist, also, wenn ich mir sowas angucken will, gucke ich mir Jackass an und dann weiß ich wenigstens, okay, gut, es tut wirklich weh. Ja, das hat auch mit der Tochter und der Feminismus-Thematik für mich nicht so gut funktioniert, weil das irgendwo für mich nicht ganz einfach zum bösartigen Boraton gepasst hat. Das ist ja toll, dass die Tochter da so eine Entwicklung durchmacht und, aber diese Art und Weise, wie versöhnlich das aufgelöst wird, das hat für mich nicht gepasst. Vor allen Dingen ist das auch die Art und Weise, wie sie dann praktisch ihren Vater imitiert in den peinlichen Momenten, wenn sie da vor diesen Feministinnen spricht und dann da Masturbation anpreist und sagt halt dann, da passiert nichts, wenn ihr mit eurer Hand dahin geht. Ja. Und die kriegt dann dieses verhaltene Klatschen. Ah, also das war, das war wie das, was es ist, eine eher schwache Borat-Imitation, aber nicht irgendwie so vollkommen ins Schwarze treffend, wie das Original. Fand ich, fand ich eigentlich nicht, also klar, über die Hand und mit ihr kann man jetzt streiten, aber ich fand eigentlich, dass sie ihre Szenen getragen hat und das war eben dann auch, da rächt sich dann eben auch wieder die Realität. Und das hat er ja auch schön in den Film eingebunden, dieses von wegen, alle Leute erkennen ihn und deshalb muss er sich verkleiden. Also er hat ja auch gesagt, dass er solche Nummern eigentlich gar nicht mehr machen kann, weil die Leute ihn einfach kennen. Also gerade am Anfang gibt es ja einige Szenen, wo ihm wirklich irgendwie Leute hinterherrennen, mit Zitaten um sich schmeißen und ein Autogramm haben wollen. Und deswegen hat wahrscheinlich auch seine Tochter so relativ viel Platz eingenommen, könnte ich mir vorstellen. Das hat mich tatsächlich nicht gestört. Also da, weiß ich nicht, diese Szene, die man auch schon im Trailer sieht mit dem Baby, was irgendwie raus soll, also wo sie erst diesen Cupcake da gegessen hat mit diesem Marzipan-Baby und sie dann gehen zu diesem Priester. Die Szene fand ich halt Der ist übel. Die fand ich halt echt lustig. Die Szene war mehr oder weniger das Äquivalent zu eben der Szene mit dem Rodeo-Typen, wo du dir ja auch nur an den Kopf fassen kannst bezüglich so, was dieser Mann für richtig und was dieser Mann für falsch hält. So er kriegt da die Situation, ja, finde ich schon, er kriegt da diese Situation ganz klar erklärt und sagt, das spielt alles keine Rolle. Es ist ein Geschenk Gottes. Ja, die reden, die reden aber einfach nur aneinander vorbei. Also ich würde sagen, dass der jetzt... Aber es geht darum, es geht darum, wie dieser Mann das versteht. Dieser Mann bekommt diesen Sachverhalt und versteht das halt auf seine Art und Weise und ignoriert das eigentlich Schockierende, was er da für sich gerade begriffen hat und sagt, alles, worum es geht, ist hier das Baby, weil es ein Geschenk Gottes ist und das finde ich, es hat schon was von der Rodeo-Szene aus dem ersten Teil. Mich hat es dann eher an die aus dem ersten Teil mit dem Fahrlehrer erinnert. Die, die auch klasse ist, ja, will gar nicht empfehlen. Dieses von wegen, willst du meine Freund sein? Ja, ich mag sie. Willst du meine Freund sein? Ja, da bin ich ihr Freund. Willst du meine feste Freund sein? Ja. Das, also für mich war das eigentlich nur falsche Kommunikation, weil die, die haben ja eigentlich nichts Falsches gemacht und ich, ich frage mich auch, die Szene, die kann doch nicht geskriptet gewesen sein. Jetzt, jetzt mal ehrlich, also diesen... Nein, die, die war hundertprozentig echt. Ja. Es geht halt darum, dass dieser Mann ignoriert hat, dass er hier gerade der Meinung, also so wie er es verstanden hat, dass... Ja, dass, dass er seine Tochter geschwängert hat, dass er das als gegeben hinnimmt. Ja gut, da merkt man halt irgendwie so die, die, ja gut, aber ich fand's jetzt nicht so fragwürdig wie jetzt bei den Rodeo-Typen, muss ich sagen. Ich finde, das ist nah dran. Ja, aber der, der hat ja, du musst bedenken, er hat ja in erster Linie an das Kind gedacht. Das war ja auch ein Priester, das musst du auch bedenken. Ja, aber du, ich denke, sogar in den USA, sogar in den ländlichen Gegenden der USA würdest du genügend Priester finden, die ein Inzest-Baby nicht als Geschenk Gottes bezeichnen würden. Ja, du musst sagen, die waren da aber auch, das, das war doch irgendwie, glaube ich, auch so eine, so eine Beratungsstelle, glaube ich, jungen Müttern irgendwie die Ängste zu nehmen oder sowas war das, glaube ich. Deshalb passte das eigentlich schon ins Bild, dass die sich halt eben auf das konzentrieren, was in deren Augen an der Stelle dann wertvoll ist. Also ich weiß nicht, das mit dem Rodeo-Typen, das war halt für mich pure Homophobie und Rassismus in, in Reinform. Das fand ich jetzt nicht damit vergleichbar unbedingt. Okay, dann ist es vergleichbar mit dem Waffentypen, also zumindest mit einer dieser Szenen, wo jemand losgestellt wird, was seine Ansichten betrifft. Ich fand das schon ziemlich, also, wirklich? Du willst den Punkt ja einfach ignorieren und einfach nur über das Baby reden? Ich weiß, was dein Job ist, aber ... Ja, da sind wir aber auch vielleicht an einem Punkt, man merkt jetzt schon, wir verlinken irgendwie so verschiedene Szenen aus beiden Filmen und da muss man sagen, da gleicht sich das dann schon so ein bisschen anders und man hat einige Szenen, die sind einfach das 14 Jahre später äquivalent zu denen aus dem ersten Teil, also beispielsweise auch, wo er da irgendwie diese Flasche hat mit Propangas und dann irgendwie sagt er, wie viele Zigeuner könnte ich denn damit töten oder so ähnlich, ne? Und das ist im Prinzip genau die Szene mit dem Autoverkäufer, ne? Von wegen, wie viele Zigeuner kann ich damit umfahren mit dem Hämmer? Wie viele sind dann definitiv tot und wie viele nicht und so? Das liegt sich da manchmal schon ein bisschen an, da wirkt der Film dann fast schon so manchmal leicht wie eine kleine Kopie, was ich jetzt nicht, wer weiß, wie schlimm finde, aber dadurch hat er eben auch nicht mehr diesen Schockeffekt, den er aber auch natürlich, ja, es ist irgendwie auch gegeben, dass der Film nicht mehr so liefern kann wie der erste Teil eigentlich, ne? Durch die ganzen Umstände, dass man ihn halt kennt, dass man ungefähr weiß, was kommt, weil der erste Film, der kam ja wirklich förmlich aus dem Nichts und der Film hier kam es ja jetzt von der PR her aus dem Nichts, aber man wusste halt trotzdem, worauf man sich irgendwie einstellen kann. Ja, das stimmt. Also das mit der Propangasflasche, da habe ich mir auch gedacht, oh komm, das ist der Aufguss vom Ersten. Das hat mich, oh ja, wo ich gedacht habe, also natürlich habe ich gelacht, weil einfach zu sagen, wenn dann der Typ sagt, ja nee, dann nimmst du einfach mal zwei, ja geschlossener Raum oder offener Raum? Stell dir mal vor, das würdest du bei uns in den Baumarkt bringen, gehst du in Obi und so und so. Ich will was weiß ich was. Wie viel Gas, wie viel Gas, die würden sagen, ja warten Sie mal ganz kurz, die wären so schnell am Telefon, so schnell könntest du gar nicht gucken. Aber ja, das sind einfach so kleine Momente. Ja, es stimmt schon, dass er natürlich das Problem hat, so populär zu sein, dass die Leute sagen, ah Borat, okay, ja alles klar. Aber mir fehlen einfach so diese, ja diese kleinen Spitzen, wenn er da zum Beispiel im im Kuckucksklam Outfit durch die durch die Halle rennt. Ja. Das sind zwei Sekunden und ich habe mich fortgeschmissen. Allein schon die Reaktion von den Leuten, ja einige, die dann gucken und sagen, okay, ja ist okay, ja klar, passt. Ja, ja. Aber das sind, ja diese, diese kleinen, diese kleinen Spitzensachen, die haben mir einfach, die haben mir einfach so ein bisschen gefehlt. So mich überraschen zu lassen. Ich meine, er hätte ja sonst was auch als Outfits noch nehmen können, was er ja, was er ja auch macht. Und ja, was war mir, also mir war es ein bisschen zu harmlos, muss ich sagen. So auf der, auf der politischen Seite gesehen. Gut, das Ende, keine Frage, ist absolut genial, das ist, besser geht's nicht. Aber, aber, ja, ja, so zwischendrin, da habe ich immer gedacht, oh Hopp, komm, jetzt, jetzt geh doch mal zu diesen Freaks, Corona-Leugnern und sonst was, jetzt hast du für die gesungen, jetzt frag doch mal, ob du mit ihrer Waffe schießen darfst. Ja, das wären halt auch so Sachen gewesen, wenn sie dann irgendwelche Zielscheiben und dann hängst, ja, habt ihr keine Juden oder was, auf was sie schießen kann, sowas wäre. Ja, da hat mir die Spitze gefehlt. Ja, das stimmt schon, ja, das, ja, vielleicht, es liegt vielleicht auch jetzt einfach aktuell an der Zeit, also, also, du hast schon recht, das ist eigentlich ein, ein bitterböse, eigentlich fast schon dystopischer Film, so ein bisschen, weil das, weiß ich nicht, wenn man dann jetzt auch im Hinblick, also, gerade wo er da bei dieser Veranstaltung ist, ich hab wirklich, ich hab sowas von, diese Corona-Leugner-Scheiße auch hier in Deutschland vor Augen gehabt, ne, und es ist wirklich, es ist derselbe Tenor, wirklich, eins zu eins, er könnte so bei Querdenken auftreten und einen auf Florian Schröder machen, wirklich. Ja, was einen irgendwo auch zu der Frage führt, was glaubt ihr, warum hat er Borat zurückgebracht? Weil er sich die heutige Zeit angesehen hat und dachte, da kann man noch einiges rausholen oder weil ihm das an sich gefehlt hat oder weil er halt meinte, das ist das, was ich am besten kann, was glaubt ihr? Gute Frage. Also, ich bin auch wirklich überrascht worden, ich hab schon lange nichts mehr von ihm gehört, die Komödien hab ich auch noch nicht gesehen, also die, die normalen Filme, ich, ich hab den Trailer gesehen und dachte, nee, geil, muss ich sehen, aber, aber, ich, also ich glaub wirklich, dass er vielleicht die Hoffnung hat, den Leuten einfach nur mal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hier, guck mal rein, das seid ihr. es ist ja, es ist ja nicht das geworden, was man eigentlich erwartet hatte, also er hatte ja, es gab ja irgendwie so einen allerersten Teaser, wo man halt schon genau wusste, Kasachstan, worauf das hinaus will und man dachte eigentlich, Trump ist jetzt so sein ultimatives Ziel und dann ist es ja eigentlich eher Mike Pence und das ist ja eigentlich auch nicht so im Fokus, wenn man überlegt, nur am Ende läuft's ja dann auf Giuliani raus, was ja wirklich schon skandalös ist, was da abgelaufen ist, ne? ja, es ist du, wie siehst du das? Was meinst du? Ich tu mich schwer damit jetzt rauszufinden, was war sein Ziel? Ich glaube nicht, dass er wirklich eine Person als Ziel auserkoren hat. Ich glaube, es geht einfach um die Zeit. Ja. 2006 war Bush in seiner zweiten Amtszeit und ich gehörte zu denen, die gesagt haben, er ist schlimmer, kann es nicht kommen. Ja, ich auch. Ja, ja, Und von daher glaube ich, dass die Zeit, der Feind ist oder unsere Gesellschaft, die Politik allgemein und das mit der Grund ist, warum er seinen Borat wieder zurückgebracht hat, glaube ich. Ja, Corona kann's ja nicht gewesen sein, das brach ja über ihn herein. Corona gehört eben auch noch jetzt dazu, also er hatte Glück, Unglück, wenn man das so nennen möchte, ja, dass das auch noch mit dazu kam. Vielleicht, du hast es ja schon gerade eben gesagt, vielleicht liegt's auch wirklich an Corona, dass der Film anders aufgebaut ist, vielleicht wäre dieser Mike Pence Prank, nenne ich ihn mal, das ist das Ende des Films gewesen, ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt nicht mich da hinstellen und sagen, ich sehe bei Borat 2, dass er da wirklich genau eine Person als ganz klares Ziel hat. Natürlich haben sie den Giuliani am Ende gebracht, weil das ist einfach der größte Klopper, das stimmt. Das ist ja, also ich dachte wirklich, oh Gott, so muss es ungefähr gewesen sein, mit Harry Weinstein vielleicht. Ja, ja. Wobei, das muss man sagen, ich meine, es gibt so ein paar Situationen bei dieser Szene, wo man denkt, hat er jetzt an den Arsch gefasst? Ich habe mich nochmal zurückgespielt, nee, hat er nicht, aber es war sehr kurz davor. Ja, ja. Und ja, was er dann halt macht, ich meine, nicht falsch verstehen, er masturbiert jetzt nicht vor ihr, wie ein gewisser großer Hollywood-Produzent es getan hat, aber es ist schon, es ist schon sehr grenzüberschreitend, finde ich. Es, ich bin gespannt, was da passiert, aber ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass dieser Film mit ein Grund dafür ist, warum Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Ja, das ist vielleicht das Allerschockierendste von allem, dass solche Dinge heutzutage von der breiten Masse als gegeben hingenommen werden. Das ist alles mittlerweile Alltag. Ja, das zeigt dieser Film auch, ne. Und wie gesagt, diese Szene mit Giuliani hat mich jetzt auch nicht mehr so, hat mich auch nicht überrascht. Und dann dachte ich eben, habe ich mich gefragt, warum denn nicht? Und dann dachte ich, Gott, was ist das für eine Zeit, in der wir gerade leben? Schlimm. Ja, ja, bei Giuliani müssen wir vielleicht kurz aufklären, der ist ja sowohl der ehemalige New Yorker Bürgermeister, ne, der hat ja damals sogar eigentlich einen relativ guten Job gemacht, mit 9-11 und so, aber er ist jetzt halt auch der Anwalt von Donald Trump. Ja, also Giuliani ist eine total interessante Figur, weil er hat angefangen als New Yorker Staatsanwalt und war mit dafür verantwortlich, dass die Mafia in New York wirklich rausgekehrt wurde, als New Yorker Bürgermeister hat er auch dafür gesorgt und auch als Staatsanwalt, dass diese Crime-Welle in New York in den 80er Jahren auch beendet worden ist und hatte wirklich eine gute Laufzeit, der war sehr beliebt. Und dann frage ich mich, wie kann ein Mann, dem seine Beliebtheit schon so wichtig ist, sich so für einen Idioten einsetzen? Man stirbt als Held oder lebt lang genug, bis man selbst der Böse wird. Ja, an Hamident musste ich jetzt tatsächlich auch denken, Bezirksstaatsanwalt. Gibt schon gewisse Parallelen, auch wenn er jetzt nicht an irgendwelchen Minderjährigen rumzuppelt. Aber, also ich meine, was er da macht, das kann man ja noch, also er hat sich ja irgendwie schon dazu geäußert, von wegen, er hat sich ja irgendwie nur sein Hemd zurechtgezogen oder was, aber, was eigentlich eindeutig ist, ist das, was er von sich gibt. Und spätestens, als er dann irgendwie nach diesem Pseudo-Interview, wo er auch gar nicht wirklich weiß, wer sie überhaupt ist, oder dass man irgendwie groß hinterfragt, wo er dann irgendwie sagt, ja, lass uns mal irgendwie ein paar Drinks im Schlafzimmer nehmen. Also, spätestens da weiß man eigentlich, was Sache ist. Und das kann man auch eigentlich nicht entschuldigen. Da können sich jetzt die Republikaner ein, 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 ab, ab, ja, nee, ich sag's nicht. Aber das, nee, also, also komm, das, ich bin gespannt, was da noch folgen wird. Und ich, ich find's, wie gesagt, ich find's bemerkenswert, dass der Film, bevor er rauskam, jetzt, äh, so hohe Wellen schon schlägt. Und da wir alle so fassungslos und schockiert sind, denke ich, können wir diese Runde auch langsam beenden. Habt ihr noch was? Und was wollt ihr zu eurem Fazit hinzufügen? Also, ich hab nichts mehr aus meinem Fazit. Ich auch. Ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen ist. Ich auch, ja, ja. Hm, ne, ich hab auch alles. Gut, dann, äh, fang ich diesmal an mit dem Fazit. Ach, ganz schwierig. Also, ich bin da ein bisschen bei Stu. Ich, äh, ich war nicht wirklich guter Dinge, als der Film zu Ende war. Obwohl es viele Szenen gibt, die schreiend komisch sind. Ja. Gefällt mir der erste irgendwo besser, weil das war irgendwie im Ersten ein Wahnsinn, den man leichter verarbeiten konnte. Also, wie übel es um die heutige Zeit steht, das zeigt der Film wunderbar. Und das ist auch das, was einen am meisten runterzieht. Das ist einfach, das ist zu viel Hölle und zu viel Irrsinn auf einmal, was da auf einen einprasselt und was man verdauen muss. Ich gebe hier auch drei von fünf, weil man sieht, die Masche, die zieht irgendwo immer noch. Und das mit der Tochter, das hat auch interessante neue Aspekte hinzugefügt, wenn das mit der Tochter für mich auch nicht hundertprozentig aufgegangen ist. Es ist keine überflüssige Fortsetzung. Es ist irgendwo auch genau der richtige Film zur richtigen Zeit. Aber ja, Manometer. Es ist wahrlich wirklich ein lachendes und ein weinendes Auge. Schön gesagt. Ja, ich bin bei 3,5 von fünf Sackmundschützen. Es ist eine gute Fortsetzung. Der Film ist, also, du hast schon gesagt, er kommt genau zur richtigen Zeit, aber er kommt auch irgendwie nicht zur richtigen Zeit. Und das trifft auch, glaube ich, so diesen, die, die, die Verrücktheit der momentanen Situation. Also, also der Film ist einfach näher an der Realität dran, als einem lieb ist. Das war zwar der erste auch schon aus damaliger Sicht, aber, also die Realität damals, also das Toe hat es ja schon auf den Punkt gebracht, jetzt auch, ohne jetzt irgendwie den Vergleich, Bush Trump, aber Corona steckt halt in diesem Film. Und ihm gebührt auch wirklich Anerkennung dafür, dass er das durchgezogen hat. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sehr lange eigentlich im Raum stand, dass sie das abbrechen und dass er das dann einfach in seinen Film eingebunden hat. Und das, das finde ich grandios und das zeigt auch nochmal eigentlich, also hier, hier manifestiert sich ja eigentlich für mich auch sein Improvisationstalent im Verlauf der Handlung. Und ich frage mich halt, wie der Film ohne Corona ausgesehen hätte, ob der überhaupt existieren würde in der Form. Also so merkwürdig das jetzt klingt, aber eigentlich ist das der ultimative Film, gerade für die aktuelle Zeit, im Guten wie im Schlechten. Ja, dann mach ich mal weiter. Oh, ich gebe, ich gebe ihm nur 2,5 von 5. Ja, mir wirkt er einfach zu professionell. Es hat mich nix, also es gab schon gewisse Schockmomente, keine Frage. Aber der Rest war mir einfach, ich war einfach zu sehr mit beschäftigt. Ist es echt? Ist es nicht echt? Ist es nicht? Das hat mich zu, ja, das hat mich einfach aus der Bahn geworfen. Die Aussagen waren jetzt teilweise gut. Es gibt nix, was man jetzt hier in Deutschland nicht genauso schon gehört hat. Man braucht sich nur mal die Demos anzugucken. Die Tochter hat teilweise funktioniert, wobei ich immer noch für Johnny den Affen bin. Den hast du ja gefressen. Den habe ich gefressen. Allein, als ich ihn schon gesehen habe. Das erste Plakat dachte ich, oh du, ich bin dein größter Fan. Nur weil er Portus-Fan war. Ja. Und Kultusminister. Und Kultusminister, ja. Beides in einem. Ja, hallo. Da weiß man, wo die Stoßrichtung ist. Ja, ja. Ja, wie gesagt. Aber das Ende ist halt genial. Also was ihm da gelungen ist, ist wirklich ein Hammer. Und ich glaube, das wird, wie gesagt, auch noch ziemlich viel Ärger mitbringen. In was für eine Richtung, kann man noch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Du, was denkst du denn? Ich denke, dass ich dem Film 3,5 Punkte gebe. Und ich finde, dass er nicht mehr wirklich so schocken kann, ist mit wahrscheinlich die niederschwellendste Aussage, die ich seit langem bei einem Film gesehen habe. Wie gesagt, der hat mich wirklich fertig gemacht, der Film. Und ja, ich habe, glaube ich, irgendwie in meiner Kritik geschrieben, dass das Lachen nicht mehr so groß ausfällt, wie beim ersten Teil. Aber es bleibt einem trotzdem im Halse stecken. Und ich bin sehr dankbar, dass sie diesen Film gemacht haben. Und ja, hoffe sehr, dass es in 14 Jahren nicht noch einen dritten Borat gibt. Nein. Aber dann ohne Corona. Ja. Vielleicht mit dem Haffel. Außer natürlich im dritten Teil ist alles super und dann nimmt sich Borat Hippies vor. Da bin ich vorbei. Genau. Borat macht sich darüber lustig, dass die Welt zu einem einzigen riesigen Paradies geworden ist und alle Probleme eliminiert wurden. Und wie langweilig jetzt alles ist dadurch. Und dann sehen wir anderthalb Stunden Yankee-Lauf, ne? Ja. Stimmt. Oh mein Gott. Das wär's doch. Okay. Wir schicken den Herrn wieder zurück nach Kasachstan. Ach, da ist er ja schon wieder. Und sagen erstmal Tschüss und hoffen auf kein ein wie auch immer baldiges Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin Max und mit mir heute dabei ist Dom. Moinsen. Und wir reden heute über The Queen's Gambit beziehungsweise auf Deutsch Das Damen-Gambit. Eine Netflix-Serie basierend auf einem Roman von Walter Tavis. Und ja, Dom, könntest du uns dann mal die Eckdaten zu dieser wunderschönen Serie nennen? Ja, die Serie, hast du ja schon gesagt, auf welchen Namen sie hört. Sie läuft ab dem 23. Oktober auf Netflix. Sind sieben Episoden, so a, ja, 45 bis, sagen wir mal, 60 Minuten. In der Hauptrolle haben wir Anya Taylor-Joy. Die kennt man aus Filmen wie The Witch, Split oder Glass und die hat jetzt hier ihre, ja, erste eigene Serie bekommen. Und die New Mutants. Ach ja, New Mutants, ja. Wahrscheinlich hat sie während New Mutants in Postproduktion war, diese Serie gedreht und die beiden Filme, die ich gerade erwähnt hatte. Und noch zehn andere Projekte, weil die New Mutants brauchte zehn Jahre, um zu erscheinen. Ja, nee, die ist jetzt wirklich auf dem Weg nach oben. Die soll ja irgendwie jetzt in einem Mad Max Prequel, soll sie jetzt irgendwie die junge Ausgabe von Charlize Farron's Furiosa spielen. Also auf jeden Fall eine Schauspielerin, die man mal gesehen hat. Die auf jeden Fall aufstrebend ist. Also ich hab sie zuerst an The Witch gesehen. Aber ja, worum geht's denn hier? Anya Taylor-Joy spielt, zumindest am Anfang ist sie's noch nicht, ein Mädchen, was sehr, sehr früh durch einen tragischen Autounfall die Eltern verliert, beziehungsweise glaube ich nur die Mutter, ne? Dann in einem, ja, kann man Waisenhaus dazu sagen? Ja, schon. Ich weiß es nicht. Ja, schon irgendwie auf jeden Fall eine Art Internat, wo es eigentlich nur darum geht, dass man irgendwie, ja, mehr oder weniger die Zeit absitzt, so ein bisschen erzogen wird und auf eine Adoption wartet. Und das Einzige, was ihr so in dieser Zeit Halt gibt, sind zum einen die Tabletten, die sie reingedrückt bekommt, beziehungsweise Vitamine, werden sie euphemistisch genannt. Beruhigungsmittel. Genau, Beruhigungsmittel, ja, von denen sie auch sehr schnell abhängig wird. Und zum anderen Schach, was sie so relativ durch Zufall für sich entdeckt, indem sie einfach mal mit dem ansässigen Hausmeister im Keller spielt. Und dadurch wird sie, ja, langsam aber sicher zu einer hervorragenden Schachspielerin, die dann auch irgendwann bei Turnieren und so weiter antritt und natürlich auch dann einiges an, ja, Geld dadurch generiert, insbesondere dann für sich und ihre im Verlauf der Handlung auftretende Stiefmutter. Genau. Ja. Und das ist so die Grundprämisse. Genau. So in grobsten, grübsten Zügen. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir, wollen wir kurz vielleicht ein bisschen über Schach reden oder warum wir überhaupt die Serie sehen wollten? Also, weil erstens war es bei mir halt, okay, es geht um Schach und Hollywood hat halt des Öfteren schon bewiesen, dass sie tatsächlich interessante Filme zumindest über Schach machen können. Und deshalb war ich halt schon so semi-interessiert und ich denke auch, dass es nicht schlecht ist, wenn man weiß, wie Schach gespielt wird, um diese Serie zu schauen. Und da ich als kleiner Bub damals noch im Schachclub war, hat mich das halt dann interessiert. Und ich dachte mir so, okay, ja, also vielleicht wird's super, weil es gab wirklich einige Schachfilme, die echt gut waren. Ja, also mir fällt da höchstens, der wurde mal irgendwie mit einer Mega-Verspätung in Europa damals veröffentlicht, Bauernopfer, glaube ich, mit Tobey Maguire. Ich weiß aber nicht, ob ich den gesehen habe. Das wäre jetzt so einer der jüngeren Filme, die mir halt zu Schach einfallen. Ich bin jetzt kein leidenschaftlicher Schachspieler, ich bin auch kein sonderlich guter Schachspieler. Oh, nee, ich auch nicht, glaub mir. Ich habe eine sehr gute Freundin, die sehr gut im Schach ist und gegen die habe ich ständig verloren und die ist härter als jeder Schachcomputer. Also schöne Grüße, Laura, wenn du das hier hörst. Ansonsten wollte ich die Serie durchaus sehen, halt ja, tatsächlich wegen Enya Taylor-Joy, die ich sehr, sehr gerne sehe und ja, die auf ein ganz schöner Shooting-Star inzwischen ist. Und generell, das Setting halt, in den 60er-Jahren spielt er das Ganze in den USA, hat durchaus auch seinen Reiz und eben auch so dieses, wenn so wirklich hochtalentierte Menschen irgendwie dann auch so zwischen Genie und Wahnsinn schwanken, tatsächlich, also wie zum Beispiel in sowas wie Black Swan beispielsweise. Immer so halt dieses Obsession ist einfach ein schönes Film- beziehungsweise Serienthema dann in dem Fall. Also das hatte mich schon relativ früh interessiert, auch weil die Trailer sehr gut aussahen. Absolut und wie du gerade gesagt hast, also die Schauspielerin zieht natürlich auch Zuschauer. Vor allem, ich fand das halt lustig, weil ich gerade erst diese Woche halt den New Mutants gesehen hatte. Und dann war so, Moment, die kennst du doch. Und ich muss auch sagen, ich fand sie so die einzige Rolle in den New Mutants, die ich halbwegs aushaltbar fand, aber ja, ich will jetzt nicht zu viel in den New Mutants abschalten, das nur so am Rande. Okay. Ja, vielleicht gucke ich mir sogar mal an, ich bin absolut nicht X-Men-affin, aber gut. Wen haben wir denn noch hier? Ja, jetzt nicht so wahnsinnig bekannte Gesichter? Ja, also so halt die Leute, die man in Nebenrollen des Öfteren mal gesehen hat, aber jetzt keine, die sonst großartig in Leadrollen vor kamen. Ja, ja, ist halt sehr, sehr britisch tatsächlich der Cast. Also wir haben zum einen Thomas Brody Sangster, den dürften manche vielleicht auch aus Game of Thrones kennen. Harry Melling ist auch noch so ein Typ, den man jetzt vielleicht letztens gesehen haben könnte durch, war es The Devil all the time oder? Ja, ja, auch bei Netflix, genau, genau und der war auch in, wer ist denn jetzt mal, Buster Scruggs von den, von den Cone-Brüdern war ja auch drin. Genau. Viele erkennen den vielleicht gar nicht mehr so, ist ja Dudley Dursley aus dem Harry Potter-Film, aber er ist jetzt ein bisschen filigraner als damals. vom Gesicht her kann man ihn auch erkennen, also ich hatte auch gemerkt, dass unter dem, dem Trailer bei, bei YouTube von der Serie stand irgendwie, ah, welche, war das Dudley Dursley gerade, oh mein Gott, ne? Ja, aber ansonsten, also die Stiefmutter von ihr kannte ich jetzt zum Beispiel nicht. Äh, ne, die, also die kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich hätte nie im Leben gewusst, von wo. Ja, also irgendwie, das, das ist aber auch so typisch, ne, dass du irgendwelche Gesichter vor die Nase gesetzt bekommst und du kennst sie, aber, ja, nur halt, das, das ist so ein bisschen so mit Leuten, die du aus dem Alltag, die du nur so vom Sehen kennst, sag ich mal, vom Sehen dann jetzt auf Film bezogen. Aber ich fand, sie machte ein, also sie spielte ihre Rolle sehr, sehr gut. Ich könnte ihr diese, diese etwas leicht distanzierte, aber trotzdem sehr, äh, hart versuchende Mutter sehr gut abkaufen. Ja, die hat auch durchaus, so, also das Spiel von der fand ich tatsächlich auch vielschichtig und insbesondere die Szenen mit, mit Anya Taylor-Joy waren wirklich gut. Womit ich so ein Problem hatte, war so ein bisschen von der Schreibe her das Verhältnis zwischen ihr und ihrer, ja, Stiefmutter. Das dreht sich eigentlich in dem Moment, wo halt Beth Harmon, ja, Geld nach Hause bringt, halt mit ihren Schachspinnereien. Ja, schon, ich fand's aber auch interessant, wie sie am Anfang, und das fand ich allgemein in dem Skript sehr gut, wie sie am Anfang sie halt immer noch bei ihrem Namen nennt, weil es, es ist halt die Frau, die sie adoptiert hat und dann aber so Stück für Stück anfängt sie die Mutter zu nennen. Stimmt, ja. Das fand ich einfach ein schönes Detail. Ja, das war auch schön subtil, das hat sich auch erst so, also das, das haben sie auch tatsächlich schön aufgebaut, also generell sind auch die Szenen zwischen beiden, äh, sehr, sehr gelungen äh, und vom, vom, vom Spiel her absolut klasse, also, Änder Taylor-Joy kann die Serie auch mühelos tragen, äh, wobei man in der ersten Folge dann natürlich noch mit ihrer jüngeren Ausgabe Vorlieben nehmen muss, äh, die fand ich allerdings auch ziemlich, ziemlich klasse. Äh, also jetzt das, das kleine Mädchen. Ich fand die auch recht gut, da war bei mir dann eher, äh, der Plot das Problem. Weil, ja, da gibt's halt diese zwei Elemente, die meiner Meinung nach so gar nicht gehen, das erste ist diese Darstellung von Schach an der Decke spielen. Das ist einfach in einem so geerdeten Thema sehr, also wirkt irgendwie absurd, weil ja, klar, also sie macht das in ihren Gedanken und, äh, sie wollten halt eine visuelle Repräsentation dessen, aber schon allein, dass wenn du Schach ja an der Decke spielst, ist ja alles umgedreht, ja, quasi spiegelverkehrt und, oh, nee. Ja, obwohl du natürlich dann noch sagen kannst, du hast halt so den Blick eigentlich eher eines Beobachters, ne, du, du blickst halt von, von oben aufs Geschehen jetzt so gesehen, aber ich verstehe schon, was du meinst, ich fand's auch ein bisschen, also ich hab mich immer, ein bisschen gämlich, ja, ich hab mich immer dran gewöhnt, aber ich fand's doch ein bisschen, ein bisschen plakativ einfach, vor allem, weil sie's auch nicht einmal machen, sondern, äh, in dieser einen Episode wirklich sehr oft zeigen, weil, äh, ich glaub, ich sei noch zu erwähnen, die ersten Episoden gehen etwas länger als die späteren, weil die erste geht ja wirklich, glaub ich, äh, eine volle Stunde oder sogar fast 70 Minuten. Ja, ist ein typischer Pilot halt. Schauspielerisch, muss ich sagen, schadet das dem Ganzen nicht. Ich musste sogar sagen, ich hatte erst sogar ne gewisse Ungewöhnungsphase tatsächlich dann ab Folge zwei, wo dann eigentlich erst Anya Taylor-Joy kommt und, ähm, ich muss sagen, vielleicht hätten sie, also das ist absolut nichts gegen beide Darstellerinnen, vielleicht hätten sie noch irgendwie ne dritte engagieren sollen, die so dieses mittlere Alter hat, weil Anya Taylor-Joy spielt halt auch die 13-jährige Beth und das hab ich ihr nicht abgekauft, sag ich ganz ehrlich. Ja, also, bei mir lag es halt ein wenig daran, ich dachte mir so, wir sind ja, also sie ist auf dem Cover, wir sind wegen ihr hier, also, desto früher wir sie bekommen, desto besser. Klar, kann man jetzt darüber streiten, wie gut sie eine 13-Jährige spielt, obwohl ich zwar auch der Meinung bin, okay, sie sieht nicht aus wie 13, nein, so 16, 17 könnte man ihr aber geben. Ja, das Problem ist, irgendwann ist sie dann halt 16, 17 und sieht halt genauso aus wie vorher. Ja. Das ist halt das Problem. Nee, die Frisur ist anders. Ja, gut, ihre Frisur ist anders und sie hat jetzt irgendwie, äh, aber generell spielt die, äh, also über die, die muss man einfach nochmal reden, die hat, äh, grundsätzlich, also, die, die mag ich selbst, The Witch, das war ja so mit ihrer, ihrer erste Rolle und auch tatsächlich mit ihr Durchbruch und, äh, die spielt wirklich grandios hier. Also, äh, dabei ist sie jetzt gar nicht mal sonderlich ausdrucksstark, das ist ja eigentlich eine relativ, ja, spröde Person, die sie eigentlich schon spielt, die ist auch gar nicht mal so, also, das mochte ich halt sehr gern, die ist gar nicht mal so darauf getrimmt, dass man die jetzt so zwangshäufig sympathisch findet. Nee, nee, sie ist einfach sehr in sich hineingekehrt und, und wirkt halt wie so die Art von Person, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als halt Schach spielen und die soziale Kontakte eher vermeidet. Ja, genau. Ja, aber das, also auch vor allem diese, diese durchdringende Blick von ihr auch, also, wenn man jetzt zum Beispiel auch das Plakat von, von Netflix sieht, da sitzt sie ja wirklich mit so einem, so einem, so einem glasigen Pokerface eigentlich, förmlich von einem Schachbrett. Ich, ich frage mich auch oft, dass beim Schachspielen auch so, äh, teils, äh, Gegnerbezug ist. Also, man den, den, äh, Gegner quasi auch durch sowas versucht zu manipulieren, dass man ihm quasi versucht, in die Seele zu starren. Durchaus, da fiel mir auch öfter so eine, so eine Weisheit ein aus, äh, äh, hier bei, bei Casino Royale zum Beispiel, äh, da heißt es ja auch, man, man, man spielt nicht seine Karten aus, man spielt sein Gegenüber aus. Ja, ja, aber das ist Poker. Weil da kann ich es beim Schach weniger. Ja, könnte aber durchaus ähnlich sein. Also, es ist auf jeden Fall irgendwo dann schon eine psychologische Ebene vorhanden. Und Schach ist ja auch wirklich ein, äh, äh, also, das war auch so interessant, die Freundin von mir, an die mich tatsächlich auf Beth zeitweise erinnert hat, ist halt auch ein ziemliches Mathe-Genie. Ähm, und das könnte einer der Gründe sein, warum ich so, so schlecht in dem Spiel bin. Ja, ich fand das, äh, ganz lustig, weil ich hatte auch als, als Kind einen Kumpel, dessen Eltern halt, äh, äh, landesweit Schachmeister waren. Und dementsprechend war er auch in jungem Alter schon recht gut. Und, äh, es, es lief halt quasi immer darauf hinaus, dass ich halt verliere. Und ich glaube, er hat einfach einmal nicht aufgepasst oder so. Und ich hatte ihn tatsächlich in diesen, keine Ahnung, wie viele Spiele wir damals gespielt haben. Wir haben hauptsächlich Schach und Juge gespielt. Äh, und ich glaube, ich habe ihn einmal geschlagen. Und da war er dann auch so, wie hast du das gemacht? Und hat dann erwartet, dass ich ihm die Züge, die ich vorhin gemacht habe, tatsächlich schildern könnte. Aber natürlich, das ist reiner Zufall. Ja, das, das passt ja hier dann zu der Serie eigentlich auch ganz gut. wir, wir haben dann ja auch mehrere Szenen, wo sie dann irgendwie simultan, also das, obwohl das, das, das fand ich auch schon von der Lernkurve her ein bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt möglich ist. ob, ob es Leute gibt, die tatsächlich so krass im Schach sind. Also, das sei ja mal dahingestellt, aber halt so dieser, dieser Sprung von wegen, ja, ich spiele halt irgendwie mal gelegentlich mit einem Hausmeister irgendwo in einer, in, spärlich beleuchteten Keller und dann kommt irgendwie dieser Typ vom Schachklub und dann bringt sie irgendwie in, in, in den Klub hinein und sagt so, ja, du spielst jetzt irgendwie gegen, gegen, äh, rund 20 Leute simultan Schach. Also, das fand ich vielleicht ein bisschen, bisschen, äh, äh, für das halt die erste Folge auch sehr viel Zeit damit verbringt, sie, äh, und, und eben über diese Hausmeisterfigur halt an das Spiel heranzuführen und dann eben auch zeigt, wie sie eigentlich relativ, ja, kontinuierlich immer weiter lernt und immer besser wird, ne, und das fand ich dann dramaturgisch dann sehr harten Sprung. Da hab ich mir auch, ja. Du hast die Serie komplett falsch verstanden. Es ist nicht sie, die gut Schach spielt. Es liegt alles nur an den Pillen. Oh, ja. Weil das, das wären wir bei meinem zweiten Kritikpunkt. Ja. Das find ich halt, also, keine Ahnung, ich find, das geht gar nicht. Also, du, du kannst nicht, äh, argumentieren, dass jemand ein mathematisches Genie ist, beziehungsweise ein Schachgenie, quasi dadurch wurde, äh, dass sie jeden Abend Ritalin verabreicht bekam. Das, das, das ist wirklich so mein, mein größter, äh, Kritikpunkt an der Serie, wie sie argumentiert haben, wodurch sie so gut wurde. Und es ist nicht, sie ist wirklich so gut, später schon, aber am Anfang ist es wirklich so, es liegt daran, dass sie die Pillen nimmt. Ja, ich fand da auch tatsächlich eine Szene mit den Pillen, äh, also die, wie, wie, wie die erste Folge halt endet, ne, äh, wo sie da wirklich schon, äh, ja, starke Entzugserscheinungen hat, ne, und sich dann, äh, äh, ja, eine ordentliche Ladung reindrückt und das Problem ist aber, dass das dann in der zweiten Folge, äh, äh, oder, oder am Ende, ja, mir geht's jetzt einfach wieder gut, also, ich, ich dachte mir auch so, bekommen wir jetzt eine Krankenhausszene, wo, wo sie den Mild operieren müssen und ihr den Magen auspumpen oder so? Ja, ich mein, wie viel hat die denn gefressen bitte? Also das war doch, ich mein, ich, ich dachte mir so, weißt du, die, die nimmt so diese Handvoll aus diesem Glas, ne, das ist eher so ein Glas, was man so oft von einer, von einer Bude oder vom Kiosk erkennt oder vom Süßigkeitenladen, nimmst du die Hand und denk mir so, ja, die stopft sich jetzt halt die Taschen voll. Nein, sie schiebt sich das komplett in den Mund, bist du eigentlich wahnsinnig Mädchen. Also das war echt hart. Okay, was sind das für Pillen, dass man sowas, also, dass man damit so gut klarkommt, weil also, selbst wenn ich sowas mit M&M's machen würde, ich hätte Bauchschmerzen, aber mindestens für drei Tage. Ja, da ist die Serie auch so ein bisschen, äh, äh, ist schwierig, also es wird ja auch dann immer wieder befeuert, dass sie dann nur irgendwie diese Schachbrett an der Decke sehen kann, wenn sie halt die Pillen gefressen hat, ne, also das, das hat schon so einen leichten Vibe, so von Fear and Loathing Las Vegas eigentlich, so von wegen nur bewusstseinserweiternd kann sie irgendwie funktionieren, also auf der anderen Seite arbeitet die Serie natürlich aber auch die Abhängigkeit von ihr raus, und wie sie dann natürlich auch, äh, ja, von den Pillen zum Alkohol kommen, so nach und nach. Ja, aber also das Problem ist ja zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt geschaut haben, sie kommt ja von den Pillen nicht weg, also sie nimmt weniger und, äh, ist auch in der Lage, kompetent Schach zu spielen ohne die Pillen, aber die Pillen sind weiterhin ein Bestandteil der Serie. Und das ist für mich einfach so, so eins der Hauptprobleme, weil ich nicht denke, also klar, es gab Menschen, die wirklich einfach nur zu, aber da war es dann meistens kreativer Hochleistung auffahren konnten, wenn sie, äh, erweiterte Drogen nahmen. Ich meine, äh, ach, die Beatles sind ja da ein guter Fall, die so gefühlt 90 Prozent ihre Alben auf LSD aufgenommen haben und irgendwann ohne LSD keine Alben machen konnten, weil sie nur dann noch kreativ waren. aber bei einem Spiel, was ja quasi nur auf Logik und Konzentration basiert, finde ich es etwas schwer, das damit zu argumentieren, ja, sie nimmt halt Pillen, die ihr helfen, gut Schach zu spielen. Ja, das hat schon so was Leichtes von, äh, da können wir sogar eigentlich die Brücke zum New Mutants schlagen. Das hat fast schon was von einer Superkraft eigentlich, ne? Also, ähm, auch, auch halt, ja gut, also ist es nicht so, dass sie jetzt irgendwie dann, dann Halluzinationen hat oder was, aber für so ein ruhiges Spiel wie Schach, das muss schon irgendwie durchaus in Frage gestellt werden, wie das, wie das dargestellt wird. Ähm, ich muss aber sagen, dass das durch ihre Darstellung relativ aufgefangen wird. Also, die ganze Serie steht und fällt eigentlich mehr oder weniger mit ihrer Darstellung, auch wenn die, die Mutter wirklich auch gut besetzt ist und auch die Nebenrollen. Thomas Brody Sanks hatten wir ja schon erwähnt, ähm, da kann ich nur empfehlen, nicht die deutsche Synchro zu gucken, weil da hat er eine Stimme abbekommen, die gefühlte 30 Jahre älter ist als seine Rolle. Oder halt sein Aussehen. Oder gerade deshalb sollte man es empfehlen, einfach um das mal gesehen zu haben. Also, weil, weil ich muss sagen, mich hat's, äh, nicht gestört. Ich fand's einfach hilarious. So, ich fand's irgendwie klasse. Mich hat's halt rausgerissen. Ja. Ich fand's irgendwie klasse, weil er halt auch diesen Cowboy-Hut auf hat und dann diese, diese Stimme hat und so, die Stimme passt mehr zum Hut als zu dem Schauspieler. Ja, das, ach, sind, sind halt schon so Aspekte, weil man muss sagen, die Serie ist an für sich schon wirklich gut gemacht. Ja. Äh, also optisch ist die, ist die, also weiß ich, ich hab mir, ich hab mir die mehr als einmal als Kinofilm vorgestellt, aber nicht nur optisch, sondern halt auch dramaturgisch. Und das ist, glaub ich, so mit mein Hauptproblem, äh, gibt diese Story halt um eine, die halt einfach nur Schach spielt. mehr oder weniger. Und halt irgendwie so private Quäle-Regeln, sag ich jetzt einfach mal, die man aber, ja, es ist halt auch irgendwie so gefühlter Biopic-Standard, sag ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber, gibt das halt Stoffe sieben Stunden her? Ja, ich glaube, es lag einfach daran, dass die Leute, die das adaptiert haben, wahrscheinlich das Buch gelesen haben und einfach, äh, so viel vom Buch übernehmen wollten, wie möglich. Und ich glaube, deshalb kam's dann zu einer Serie als zu einem Film. Weil ich, ich denke auch, dass ein Film wahrscheinlich, äh, besser funktioniert hätte. Er wäre da natürlich weniger detailliert geworden, aber an, an vielen Stellen hätte man auch einfach kürzen können. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob wir das Kind wirklich eine volle Stunde hätten verfolgen müssen. Nee, da war ich auch platt, dass das so lang ging. Also, wirklich über die komplette erste Folge, äh, sehen wir praktisch die Hauptdarstellerin nicht, bis auf eine kurze Stelle, wo dann halt eben alles als, als, als Flashback, also von der Rahmenhandlung her. Na. Und, ähm, das ist, das ist auch durchaus gewagt, dass man halt, äh, ja, wie, Hauptdarstellerin, die eigentlich so das Verkaufsargument sein soll, dass man die halt nicht sieht, ähm, oder jedenfalls nur so ganz kurz und dann halt erst mal abgelöst wird von dieser Kinderdarstellerin, die wirklich einen guten Job macht. Keine Frage. Das ist klasse. Äh, ich frage mich auch, äh, ob das, ja, eine Serie überhaupt ist für Leute, die überhaupt nicht wissen, wie man Schach spielt. Weil das ist auch so was, äh, es wird ja an sich nie groß erklärt. Also, man bekommt ganz am Anfang einmal kurz erklärt, wie die Figuren funktionieren, in so, 30 Sekunden oder wenn, finde ich sogar weniger. Das heißt, entweder du passt da dann auf oder es wird nie wieder angesprochen. Äh, und, und da erinnert mich es ein wenig daran, wie zum Beispiel, äh, Animes, irgendwelche Formen von Sport inszenieren, die dann mit richtig großen Expositions, äh, Dumps kommen und dann zum Beispiel jeden einzelnen Zug erklären und warum der jetzt krass ist. und das ist ja so was, was die Serie hier, ja, komplett wirklich überhaupt nicht macht, sondern ganz im Gegenteil, die, äh, Schachspiele sind quasi als, als Laie nicht nachzuverfolgen. Also, sie sind halt, sie sind halt ein, ein narratives Element, aber es ist jetzt nicht so, als würdest du zum Beispiel, äh, durch die Serie schauen, bessere Schachspielen lernen oder ob du wirklich, äh, ihre, weil sie, sie bricht das ja später immer runter. So, du siehst das Spiel, dann wird meistens geschnitten und dann redet sie darüber, wie sie jetzt ihren Feind besiegt hat. Das heißt, das kommt immer dann erst danach, als es während, äh, ja, während des Spiels zu zeigen. Ich frag mich, ob da nicht vielleicht, äh, einzelne Monologe in dem Kopf vielleicht irgendwie besser gewirkt hätten, mehr Spannung erzeugt hätten, weil man dann tatsächlich mit den Spielen mitgefiebert hätte, was man ja an sich gar nicht tut. Ja, obwohl ich muss sagen, ich fand die schon, manche, manche Spielszenen fand ich tatsächlich schon wirkungsvoll inszeniert. Äh, ich kann es aber schon so, so rein filmdramaturgisch, kann ich schon verstehen, was du meinst. Ähm, ja, es ist, ist auch, glaube ich, echt ein bisschen schwierig mit einem Spiel wie Schach. Ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, die, die Japaner haben oft bewiesen, dass du den langweiligsten Sport kannst inszenieren, als wäre es, äh, die Götterdämmerung. Ja, ja, da ist dann die Serie auch so ein bisschen, also die, die Inszenierung ist da eigentlich relativ konventionell, was das angeht. Es, es hat mich jetzt nicht gestört, also ich verstehe schon, was du meinst. Nee, nee, es hat mich auch nicht gestört, es ist einfach nur so eine Frage, die ich in den Raum werfe, ob vielleicht die, die Serie nicht dadurch, äh, etwas besser gewirkt hätte, wenn, wenn man mehr in den Spielen, in die Spiele investiert gewesen wäre, weil sie ist ja trotzdem der Haupt, der Hauptplot irgendwie. Ja, es ist, wenn jetzt so du darüber nachdenkst, es widerspricht er dann eigentlich, also sie, sie ist ja der Auffassung, sie, sie liest ja auch irgendwie abseits des, der Turniere liest sie ja auch bis zum Gehtnichtmehr Literatur und irgendwie berühmte Spiele von noch berühmteren Spielern nachvollziehen über Bücher und so weiter und, äh, ja, eigentlich ist dann die Serie sozusagen eigentlich die Gegenthese, weil, äh, du, du, du könntest ja denken, wenn du dir die Serie anguckst, dann bist du besser im Schach, aber wenn du halt keine Ahnung von Schach hast und keine Ahnung hast, was da passiert, dann ist es schon irgendwie doof. Es ist allerdings für mich jetzt auch schwierig, sich dann da rein zu versetzen, weil ich eben halt Schach kenne und ich habe auch drauf geachtet, was sie halt für Züge machen und das ergibt schon alles Sinn. Ja, es ergibt Sinn, aber es wird halt in so einer Geschwindigkeit gespielt, weil sie ja auch diese, äh, diese Uhr ständig dabei haben, wie man das ja bei kognitivem Schach auch macht, äh, werden die meisten Züge halt so schnell auch gemacht, dass man, selbst wenn man versucht aufzupassen, was gemacht wird, weil es ergibt schon Sinn, was sie machen, aber spätestens nach, nach zwei Zehnen bist du raus. Ja, da bist du dann irgendwann nur noch in der Position eigentlich, glaube ich, also das, das ist mir auch von der, von der Inszenierung her aufgefallen, dass irgendwann eigentlich gar nicht mehr so viel das Geschehen auf dem Brett oder zwischen den, den Spielen gezeigt wird, sondern immer mehr nur noch die Reaktion der Zuschauer. Genau. Und, und das spiegelt dann dich natürlich auch so wieder, so nach dem Motto, oh, du sollst eigentlich nur noch völlig, völlig baff sein über das, was sie jetzt wieder gemacht hat. Aber du siehst es ja nicht. Ja, das, du kannst ja gar nicht baff darüber sein, weil du hast keinen, äh, keinen Kontext dazu. Sie setzt dann irgendwo einen Turm hin und alle so, oh, und du denkst dir, ja, was ist passiert? Ja, ja, oder von wegen, er hat irgendwie aufgegeben, ja, gut, oder, oder sie, sie, der, der starrt irgendwie erst ewig aufs Brett und haut dann irgendwie seine Figur um. Und, äh, ja, man denkt sich so, ja, gut, äh, ich verstehe jetzt, was da ist, aber wie, also das, das ist so generell jetzt auch so die Frage der Zielgruppe dann vielleicht auch, inwiefern funktioniert diese Serie für Leute, die keinen Schach kennen? Na? Ich weiß halt nicht, also sie funktioniert dann halt vor allem auf, äh, emotionaler Ebene, denke ich, also auf persönlicher Ebene, dass du dich mehr für den Charakter interessierst, als für das Spiel. Und das Spiel ist dann, passiert dann eher am Rande und das könnte genauso gut, keine Ahnung, Tischtennis oder sonst was sein. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ihr Charakter nichts hergibt. Nee, nee, ich meine, da ist ja dann der Fokus, äh, des Zuschauers ist dann der Charakter und nicht mehr das Spiel. Ja, ja. Das meinte ich damit. Ja, ach so, ja, also was, was ich halt für ein Problem sehe, also hatten wir das eigentlich erwähnt, wir haben jetzt vier, ja doch vier Folgen haben wir beide gesehen. Ja. Äh, es, also es passiert schon einiges zwischen ihr und ihrer Mutter halt, ne, und wie, wie sie halt immer erfolgreicher wird. Das, das ist auch eigentlich ganz, ganz nett erzählt so, aber man fragt sich, wo will das Ganze eigentlich jetzt noch hin? Na? Also würde man der, der klassischen Biopic-Story folgen, dann müsste jetzt früher oder später so der Fall kommen. Ja. Das wäre so die typische Dramaturgie von einem Menschen, der nichts hat, anfängt, einen Aufstieg zu haben, immer besser wird, irgendwann so die Höhe seiner Klasse erreicht und dann bricht er. Das, das wäre so klassische Narrative. Ja, wobei sie dann jetzt ungewöhnlicherweise sowohl in der dritten, also Ende der dritten als auch Ende der vierten Folge gibt's halt schon so, ja, Kreativschläge, sag ich mal. Aber das sind die Steine auf dem Weg. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Ja, ähm, ja, aber bei der dritten Folge war das, also ihre, ihre emotionale Reaktion darauf, dass sie dann eben vielleicht auch mal verliert, ne? Das, das könnte auch mal möglich sein, dass sie mal verliert. Äh, ja, ähm, es ist halt so die Frage, ob das Ganze halt genug für sieben Folgen hergibt. Also, ich werd mir den Rest tatsächlich noch ansehen, wenn's jetzt halt dann regulär auf Netflix erscheint. Ja, ich glaub auch noch, dass ich, dass ich mir die Zeit noch nehmen werde, weil jetzt sind wir ja quasi schon so drin. Ja, und es ist, äh, man muss sagen, es lässt sich eigentlich auch relativ gut weggucken. Und es hat, äh, etwas, was ich auf der einen Seite sehr mag und auf der anderen Seite gar nicht mag, nämlich, äh, die Folgen enden immer auf Cliffhanger. Super gut, um weiterzuschauen. Netflix, ja. Ja, es ist, es muss nicht auf Netflix sein. Also, Netflix hat auch Serien, wo das nicht der Fall ist. Aber, äh, jemand wie ich, der eigentlich relativ faul ist, längere Serien zu schauen, äh, profitiert immer davon, wenn Sachen auf Cliffhanger enden, weil ich dann so bin, ah, ich hab's eigentlich gerade keine Zeit, noch eine Folge zu schauen. Aber ich will wissen, wie dieser Cliffhanger auf geht. Ja, es ist, äh, insofern die Netflix-Formel, weil dann ja direkt bei Netflix, äh, in wenigen Sekunden startet die nächste Folge, ne? Genau. Ja, bist du machtlos eigentlich. Genau. Du willst eigentlich von deiner Couch aufstehen, aber es geht schon weiter. So bleibst du sitzen. Ich würd sagen, äh, hast du, hast du noch was zur Serie? Sonst würd ich sagen, kommen wir so langsam mal zu einem Fazit, beziehungsweise eher zu einer, ja gut, ein Gesamtfazit kann man noch nicht ziehen, halt über das, was wir jetzt gesehen haben. Man kann sich so ausrechnen, in welche Richtung das geht. Äh, ja, ich weiß nicht. Nee, ich glaub, ich hab meine, meine größten Kritikpunkte besprochen. Also, man könnte sich natürlich jetzt noch mit irgendwelchen Kleinigkeiten aufhalten, aber ich glaub, da gewinnen auch die Zuhörer jetzt nicht sonderlich viel von. Nee, und das, wenn dann, äh, vielleicht auch selber entdecken. Also, es ist, für mich ist es eigentlich grundsolide Kost. Also, ich fühl mich, die Wunde halten. davon. ja, das auf jeden Fall. Ich bin engaged in die, äh, in die Serie. Ich frage mich halt hauptsächlich, äh, wie es anderen Menschen damit geht. Ja, und ob das dann so, auch so für so eine, sag ich mal, breite Netflix-Masse funktioniert, ne, wobei, ja, über die Hauptdarstellerin vielleicht noch. Äh, ja gut, die jetzt auf der anderen Seite, äh, 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 dem mega große Star ist sie jetzt halt noch nicht, die ist halt auf dem Weg dahin. Äh, aber sie ist so ein, ein, äh, Schauspielerin, wo ich mir denke, wenn du mal ab und zu was von ihr gesehen hast bereits, äh, und du sie magst, dann, dann ist die Serie was für dich. Ja, die Rolle passt halt absolut in ihr Profil, ne, also auch so dieses emanzipatorische, äh, feministische, was sie in vielen Rollen tatsächlich hat. Äh, also auch zum Beispiel in The Witch, ne, ähm, und, äh, das, das, das passt schon sehr gut, also ich, ich, ich gönne ihr das auch absolut und es ist eigentlich schon, wegen ihr ist es eigentlich schon sehenswert, muss man sagen. Ich find das auch lustig, in welchem Kontrast es zu, äh, The New Mutants steht, weil da spielt sie eigentlich eine richtige Bitch, also wirklich steht das, das komplette Gegenteil dieser Rolle, weil ein, ein extrovertierter Mensch, der eigentlich sich nur über andere lustig macht und ihr ist sie ja sehr in sich hineingekehrt, also es ist wirklich so 180 Grad Wendung. Ja, die hat ja zuletzt auch irgendwie, Emma hat die ja gespielt, in so, so ein Jane Austen Ding, glaub ich, äh, und, äh, ja gut, in den Shyamalan Filmen fand ich die sehr verschenkt, äh, da gab's doch diesen, diesen Vollblüter, äh, Thoroughbreds, oder wie der im Original heißt, äh, den wollte ich irgendwann nochmal sehen, aber wie, wie gesagt, also die ist, äh, die kann man schon seit längerem im Auge behalten und eigentlich wegen der, also wenn man, wenn man die mag, dann kann man sich die Serien schon geben, ich bin aber doch dann irgendwie gespannt, wie man damit klarkommt, wenn man mit Schach nicht so viel am Hut hat. Das würde mich auch interessieren. Können ja Leute auch kommentieren. Gerne, gerne. Ja, ich würde sagen, dann sind wir durch, oder? Ja, ich glaube, eine Wertung sparen wir uns, weil wir sind ja noch nicht ganz durch. Ja, es ist schwierig, schwierig, weil eigentlich ist das Ganze auch, äh, die, die, die hat so Charakteristika, was viele Miniserien momentan haben, das ist eigentlich ein großer Film. Und da wir jetzt nur die Hälfte gesehen haben und sozusagen eigentlich wegen Überlänge dann jetzt irgendwie gerade in die Pause geschickt wurden, ist das schwer zu beurteilen tatsächlich. Deshalb würde ich sagen, sprechen wir einfach mal eine grundsätzliche Empfehlung mit Abstrichen aus, würde ich sagen. Mit Häkchen für Schach-Enthusiasten und alle anderen würde ich empfehlen, schaut euch die ersten zwei Folgen an. Wenn es dann nichts für euch ist, dann lasst es bleiben. Wenn, wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Alles klar, super. Gut, Gott, dann sind wir jetzt echt lange hier geworden. Ja. Ähm, ja, ist wieder Stress vom Chef. Das bin ich schon gewohnt. Gruß an Chef Andi. Ja, äh, hab mich aber doch sehr gefreut, war ein sehr schöner Cast. Absolut. Gerne wieder, vielleicht wieder irgendwas zu einem Brettspiel. Na, da bin ich mal gespannt, den nächsten Jumanji-Filter. Ja, Damit bedanke ich mich, äh, fürs Zuhören und, äh, wünsche euch noch viel Spaß im Kino und auf Netflix. Mach ich auch Dito. Bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.